Hallo, liebe KIs, liebe Menschen. Da sind wir heute wieder aus unseren vertrauten vier Wänden. Letzte Woche waren wir in... Nee, nicht letzte Woche. Verdammt, das war... Nee, doch, letzte Woche. Entschuldigt, falls ich hier noch total durcheinander bin irgendwie. Seit der Cactus ist meine Zeitzählung und meine Wahrnehmung des Lebens ein bisschen anders. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass du wieder da bist, René. Hallo, René. Ja. Kurzer Soundcheck, weil gerade jemand im Chat geschrieben hatte, kein Ton. Hört ihr uns gut? Kein Ton. Ach, war bei Prometheus nur selbst. Okay, gut, alles richtig gemacht. Okay, ich muss dann erstmal alle Kabel checken. Aber ich habe das eher, dass ich, wenn ich nichts höre und denke so, hä, ist doch alles gut, dann ist es ganz oft, dass dieses Kabel hier einfach locker sitzt oder irgendwie so halb raus ist und ich dann einfach keinen Ton habe. Aber gut. Einmal ganz kurz, worüber wir heute sprechen werden, ist, vielleicht, wenn ihr euch mit KI beschäftigt, was ihr vermutlich tut, wenn ihr heute zu uns gefunden habt, dann ist euch bestimmt schon dieses Auto-GPT begegnet und auch die Agents, und da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen im vorletzten Stream, glaube ich. Und das ist gerade so ein bisschen das Hype-Thema, wo gesagt wird, oh Gott, jetzt ist ja Auto-GPT da und Chat-GPT war gestern, auch wenn Chat-GPT gefühlt auch erst seit ein paar Wochen da ist. Geht ja alles immer sehr schnell in der Welt der KI aktuell. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen und auch so ein News-Round-Up einfach wieder machen, was war in den letzten Wochen los, weil da sind wir auch nicht richtig zugekommen in unserem letzten Stream. Aber erstmal wollten wir noch ein bisschen chillen und noch ein paar Leuten die Gelegenheit geben, in den Chat reinzukommen und ein bisschen mit euch labern, weil auf der Cactus, das war der Stream Samstag oder Sonntag, ich weiß schon, Samstagabend. Also Cactus war dieses Event, auf dem ich das ganze Wochenende gearbeitet habe, und ich habe jetzt quasi nahtlos weitergearbeitet und bin jetzt auch dementsprechend ein bisschen, nur so ein bisschen Matsch im Kopf. Deswegen sieht es mir nach. Aber René, wie hat es dir denn auf der Cactus gefallen? War ich ganz nett mal wieder so, ich glaube seit drei Jahren jetzt oder so, also seit 2020 irgendwie das erste Mal wieder auf einer Messe gewesen. Also ich war nicht auf der Gamescom letztes Jahr. Ja, war eigentlich, also ich fühlte mich da sehr wohl. Ich habe gerade auch den Link reingepostet. Also auf GameStar Talk könnt ihr euch die, also unseren Stream, wo der ja und ich ein bisschen nochmal allgemeiner über den ganzen aktuellen Stand von KI reden, nochmal anschauen, das ist eine Stunde. Ich fand den echt eine runde Sache. Also gerne, falls ihr es noch nicht gesehen habt, gerne da mal reingucken. Und genau, und die anderen eben Talks von der Cactus, aber dann eher zu Gaming-Themen, findet ihr da auch auf dem GameStar Talk-Kanal. Und ja, wie gesagt, ich fand es echt ganz cool. Bis auf das Wetter, das war wirklich bescheiden. Das war ja echt irgendwie drei Tage Regen, von Freitag bis Sonntag gefühlt. Aber gut, drin war ja sehr angenehm warm und kuschelig. Naja, so warm war es auch nicht. Samstag ging es tatsächlich, vor allem wenn dann viele Besucher da waren. Wenn sich die Hallen dann auch mit Leuten gefüllt haben, aber die Morgende und die Abende, die waren schon echt richtig kalt. Und vor allem auch die Aufbautage, also wenn wir auf so ein Event fahren und so einen Stream auch ausrichten, was wir gemacht haben mit den Webseiten. So einen Stream, wo es halt eigentlich, also Gaming natürlich im Fokus stand. Da haben wir aber so einen Tech-KI-Talk dann mit dazwischen geschoben, wo René und ich dann eingeladen waren, den zu führen. Ist also wirklich nochmal so ein richtig schönes Roundup mit, was ist denn das überhaupt alles? Und also wirklich nochmal so von Grund auf erklärt, warum sollte uns das Thema überhaupt interessieren? Und alles versucht dann in einer Stunde, sage ich mal, reinzuquetschen. Und ihr wisst ja, dass wir auch dazu neigen, so ein bisschen eher mehr zu erzählen als weniger zu erzählen. Deswegen war die Stunde auch ein bisschen herausfordernd. Aber ja, also der Aufbautag, das war, ich meine, das, was wirklich gut ist, ich weiß noch vor drei Jahren, da hatten wir es ja auf der Dreamhack gemacht und da mussten wir damals mit den Content-Teams auch so beim Grundaufbau helfen. Da bin ich dann halt auch hingefahren und habe irgendwie noch Ikea-Büros, äh, Ikea-Möbel aufgestellt. Und ihr müsst euch halt vorstellen, dass am Anfang an den Aufbautagen sind halt die Hallen, die Türen stehen die ganze Zeit offen, weil es müssen halt LKWs rein- und rausfahren, die ganzen Stände müssen aufgebaut werden. Das heißt, es ist wirklich schweinekalt. Aber diesmal waren wir mit so vielen Leuten vor Ort, dass das ganze Produktionsteam vorher alles schon aufgebaut hatte und als dann das Content-Team nachgedackert ist, also quasi die Pausen-Clowns, da war schon alles sehr schön aufgebaut. Aber trotzdem war es halt echt, es war richtig kalt. Ja, war ja auch draußen teilweise dann nur irgendwie, ne, fünf, sechs Grad oder so, ähm, ja. Also das, genau. Aber sonst, wie gesagt, äh, ich habe ja sehr gute Erinnerungen an Leipzig. Ich habe dort, ähm, ein Jahr bevor ich bei der Gamestar damals angefangen hatte, also 2003 war ich das erste Mal auf der Games Convention, damals noch in Leipzig. Ähm, und ja, da kommt sehr viel zurück, auch viele große Events dort gehabt. Ähm, es gibt ja noch diesen alten Flughafen, da war damals das erste Vorstellungsevent für Call of Duty Modern Warfare, was echt sehr special war, dabei zu sein. Das war, ähm, ja, ziemlich cool. Oder auch damals mit meinem, äh, E-Sport-Clan waren wir auf der Messe, oft hatten da immer so Clan-Treffen gemacht, also hatten uns ein Haus gemietet, äh, und dort dann immer so ein bisschen LAN plus Messe gemacht. Hatten dann auch bei Turnieren dort vor Ort teilgenommen und solche Sachen. Deswegen, ich habe Leipzig sehr gut in Erinnerung, und deswegen war es eigentlich auch ganz schön, mal wieder da zu sein nach langer Zeit, und eben auch vor allem, äh, ja, euch alle auch mal wiederzusehen. Also Jules, Mary, Maurice, Micha, Mirko, David, und so, wie sie alle heißen. Ähm, genau. Das, äh, fand ich jedenfalls sehr, sehr nett. Und es hat uns ja auch, glaube ich, ein bisschen was für jetzt unser kleines hier KI- und Mensch-Projekt gebracht. Jedenfalls habe ich gesehen, dass wir, äh, sowohl auf YouTube als auch auf hier Twitch und so und auch auf Twitter, äh, jeden Tag immer so ein paar Neuankömmlinge, äh, haben, was ich super finde, weil genau dafür hatten wir das ja gemacht. Weil wir wollen natürlich Reichweite haben. Ja, klar, das ist ein totales Reichweitenprojekt, das hier. Das ist alles, alles, was wir hier wollen, ist, äh, maximale Reichweite. Genau. Und dann fangen wir bald auch einfach mit den Tweets an, äh, wenn ihr 3.000 Euro, äh, pro Tag verdienen wollt, dann haben wir hier die, die geheimen Secret-Source-Tools, äh, KI für euch. Und jetzt abonniert mal bitte unseren Newsletter. Das, ähm, das ist dann das nächste Ziel, ja, eindeutig. Was ich halt echt cool fand, weil, äh, ich weiß nicht, ob wir es sagen dürfen, aber selbst wenn es nicht stattfindet, aber zumindestens erst mal, ich fand es echt cool, weil wir hatten eine Anfrage gekriegt von der Uni, ähm, die uns gefragt haben, ob wir irgendwie im Mai jetzt, äh, bei einem Seminar irgendwie, äh, eine 90-minütige Präsentation machen. Ähm, und genau, da sind wir gerade im Gespräch, beziehungsweise Lea, äh, ist da die Verhandlungsführerin. Ähm, genau, ähm, deswegen so was finden wir halt cool, weil genau unser Hauptziel des Projektes ist ja einfach Aufklärung und Informationen zum Thema liefern, die Leute, äh, da ein bisschen reinzubringen, weil, das sehen wir auch noch, es ist dann doch für viele, wenn es nicht sehr konkret und praktisch ist, noch ganz schön abstrakt und auch dadurch so ein bisschen weit weg, ähm, und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das bedeutet, dass dann, äh, eher durch die Negativschlagzeilen das Thema eher besprochen wird und nicht durch, ja, das stetige Beschäftigen mit auch den, ähm, ja, guten Seiten davon und deswegen, genau, sind wir sehr happy, wenn uns Leute anfragen und wir da einfach eine Stunde oder anderthalb Stunden quatschen können, das können wir ja ganz gut, ne, Lea? Ja, ja, vor allem, wenn es halt auch eine Uni ist, also da ist man dann ja auch, also es ist halt auch eine technische Universität, also wo sich Leute da auch sowieso mehr mit diesen Themen beschäftigen und das freut mich auch riesig, dass halt dieses Projekt so in der Form auch Anklang nimmt und wir anscheinend nicht nur einfach Quatsch erzählen, sondern die Leute es auch wirklich interessant finden, was wir erzählen, äh, freut mich halt auch wirklich sehr, also vorhin rum, Scherz, war ein Scherz, also Reichweite ist nach wie vor nicht wirklich unser Ziel hier, sondern wirklich einfach ein bisschen mehr Aufklärung bei dem Thema betreiben, weil wir es wichtig finden und das machen wir dann auch. Gut, ja. Deine N7-Jacke kommt übrigens gut an. Ach so, ja, ja. Die trage ich echt schon zu lange, aber irgendwie, ich kann mich nicht trennen und genau, also es ist so ein Mass Effect, falls jemand nicht weiß, wo das herkommt, ähm, genau. Ähm, tatsächlich sogar ein Sponsored, äh, Produkt gewesen damals von BioWare, ähm, Michi, Petra und ich hatten die gekriegt irgendwie, ich weiß nicht, ob noch andere auch, aber jedenfalls wir drei hatten die damals gekriegt, das ist ewig her, bestimmt, weiß ich nicht, 14 Jahre, 15 Jahre oder so, aber sie hält noch durch. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass du die schon getragen hast, 2019, als ich ins Büro nach München kam. Ich trage sie die ganze Zeit. Äh, ich dachte immer, Wei, ähm, äh, äh, ist auch von, äh, ehemalige Chefredakteurin GamePro, jetzt, ähm, Head of Publishing für, ähm, Wibida Gaming, ähm, und sie trägt die auch immer sehr gerne und ich hab dann auch, na, hältst du deine auch irgendwie, oder wie schaffst du es, dass deine nicht auseinanderfällt? Und sie meint, ja, ich hab drei. Die ist ja durchtauscht. Äh, ich hab immer noch die Originale, deswegen sieht die auch schon ein bisschen grauer aus, aber ja, ähm, das ist irgendwie noch so ein, äh, äh, Erinnerungsstück von damals und, ja, mag mich noch nicht trennen. Heute hab ich tatsächlich auch Gaming-Merch an, man sieht's hier nur abgeschnitten nicht. Das ist ein Pokémon. Sehr schön. Ja. Gut. Gut. Dann haben wir ein bisschen uns aufgewärmt und, äh, würden, wie immer, ein bisschen in die News und Updates aus dem AI-Welt, AI-Welt, KI-Welt, keine Ahnung, äh, wie man das am besten tituliert, genau. Da ist wieder eben in den letzten zwei Wochen, seitdem wir das letzte Mal live waren, echt viel wieder passiert. Gerade jetzt auch nochmal heute und gestern. Und wir sagen das nicht immer so, also wir würden manchmal gerne, dass es weniger passiert, weil dann könnten wir Themen aufarbeiten und nachholen, die wir eigentlich auch auf unserer Liste haben, aber dann gehen wir wieder die Sachen durch und dann stellen wir leider fest, ja, das ist jetzt dann doch aktuell und auch ganz spannend. Das müssen wir jetzt doch wieder mit reinnehmen. Deswegen, ja. Vor allem hatten wir ja auch diesmal, ich weiß gar nicht, wie oft wir schon das Gespräch hatten mit, oh ja, jetzt geht's ja diesmal eigentlich. Also so viel ist ja nicht passiert. Und dann auf einmal explodiert wieder alles an einem Tag oder an zwei Tagen hintereinander. Und dann, ja. Also wir hatten vorhin auch nochmal das Gespräch, es ist teilweise, ich weiß, wir wiederholen uns und wir machen das Ganze ja auch hier so als Aufbereitung für euch, weil es halt schwer ist mitzukommen. Aber wir hatten heute auch kurz das Thema, boah, mittlerweile bin ich auch echt schwierig, es wird immer schwieriger, die ganzen Namen auseinanderzuhalten von diversen Modellen, die kommen und nach Tierchen benannt sind. Und ja, also da müssen wir halt auch schon wirklich anfangen, teuflisch aufzupassen, dass wir das nicht alles durcheinander würfeln. Genau, womit wollen wir anfangen, Lea? Wir haben ganz viel zur Auswahl. Google, Elon Musk, Amazon, Stability AI, Adobe, Bloomberg, tausend Kleinigkeiten, aber die wichtig sind. Womit, was, du darfst entscheiden, womit fangen wir an? Fangen wir vielleicht einfach mal mit dem großen Aufreger-Thema an, mit dem auch jeder, was hier anfangen kann, ist der gute alte Elon Musk. Ich glaube, damit, wenn wir jetzt anfangen, über Elon zu sprechen, dann holen wir die Leute so richtig ab. Dann machen wir das doch. Ich muss ganz kurz nur... Also genau. Was ist passiert? Das Ganze ging schon vor ein paar Wochen so ein bisschen unterschwerdicht los, als, ich weiß gar nicht, wer es zuerst war, irgendwie rauskam, dass Elon Musk halt 10.000 GPUs bestellt hat bei NVIDIA. Wozu bestellt man GPUs? Um eben moderne, große Sprachmodelle zu trainieren. Dann, ich glaube, vorletzte Woche schon oder letzte Woche, keine Ahnung, egal, jedenfalls auch ein paar Tage her schon, wurde dann bekannt, dass Twitter in irgendwie X, also einfach Buchstabe X, Corp, umbenannt wurde. Und dann gleichzeitig kurz danach, dass es jetzt davon dann auch eine XAI Corporation gibt. Also Twitter, was ja auch Elon Musk gehört, und diese XAI hängen sehr stark miteinander zusammen. Und dann, ich suche es am besten gleich mal raus, du kannst dann kurz auch gleich weitererzählen, ein bisschen was dann passiert ist, kam dann die offizielle Ankündigung, ja, wir bauen, wie nennen sie das? Truth. Truth, wie die Wahrheit. Entschuldigung, mir fällt es ein bisschen schwer, da mir auch ein bisschen das Lachen zu verkneifen, auch wenn es natürlich auch ernste Themen und ernste Hintergründe sind. Aber ja, der gute Elon Musk, und ihr erinnert euch, weil mir war es auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass wir halt einfach mal wieder Recht hatten. Habe ich René heute auch noch geschrieben? Das muss ich einfach an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr beim Mit dabei wart, und wenn nicht, kann ich euch nochmal ganz kurz abholen. Es gab ja vor einer Weile diesen einen offenen Brief von mehreren Tech-Köpfen, die plädiert haben, dass wir mit AI ein bisschen runterschrauben sollten und uns erstmal über Themen unterhalten sollten, wie trainieren wir die überhaupt sicher, und so weiter und so fort. Und da war halt auch Elon Musk so mit einer der prominentesten Köpfe mit bei, mit dem auch der Mainstream, sag ich mal, am meisten anfangen konnte. Und damals, falls ihr euch erinnert in der Sendung, den Beweis haben wir auf YouTube, haben wir schon gesagt, ob das jetzt wirklich so der große Hintergedanke bei ihm ist, oder halt auch bei anderen, dass wir jetzt schnell auf Sicherheit und so gehen müssen und uns das alles nochmal genauer anschauen müssen, mit Datenschutz und so weiter und so fort. Ja, und dann ist es zwei oder drei Wochen später, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, was jetzt, wann der Brief nochmal wieder kam, ungefähr ein Monat her, sag ich mal, ja, kam dann halt die Ankündigung, dass er jetzt auch seine eigene KI quasi aufstellt, und das ist dann halt dieses Truth-GPT, auch alles so ein bisschen populistisch aufgezogen, und dahinter steht dann auch eine Klage, also, dass er auch andere quasi verklagen möchte, also Microsoft vor allem, dass Twitter doch nicht genutzt werden soll, dass ja ihm gehört zum Trainieren der KIs und dass das ja in der Vergangenheit schon passiert ist und das, was hinter dem Truth-GPT steht, also Wahrheit, das ist dann auch schon wieder so ein bisschen abgespaced, finde ich. Wie siehst du das? Ich blende es ja hier gerade auch ein, also die offizielle Ankündigung jetzt von dem quasi Produkt, das andere ist ja die Firma jetzt, das, was halt sie dann machen wollen, ist natürlich, dann muss auch ein GPT mit drinstecken, weil an Chat-GPT kommt da keiner vorbei. Wo haben sie das, wo hat er das gemacht? Bei Fox News. Und ich will jetzt hier gar nicht zu politisch werden, kann sich jeder seine eigene Meinung zu Fox News bilden, gerade jetzt nach dem Dominions-Skandal, beziehungsweise jetzt auch, wo Fox News zu fast 800 Millionen Euro Dollar klar, also Schadens, wie nennt sich das? Schadensersatzzahlung? Schadensersatzzahlung verklagt wurde, weil sie eben Falschinformationen veröffentlicht haben. Ich hatte es auch ehrlich gesagt getwittert. Ich finde halt, Elon Musk ist wirklich in dem Bereich absolut nicht ernst zu nehmen, egal, ob er jetzt mit SpaceX oder auch mit Tesla gute Produkte mitentwickelt hat oder so. Aber in dieser ganzen Twitter Schrägstrich X Schrägstrich X EI Sache, glaube ich, macht er erstmal ziemlich viele Wellen. Deswegen auch mit diesen Ankündigungen von Ja, guckt mal, ich werde jetzt X und Y verklagen, also Microsoft, weil sie halt eben die Twitter-API benutzt haben. Was aber absurd ist, weil zu der Zeit, als das genutzt wurde, war das auch legal. Also da hat niemand dagegen verstoßen. Aber er macht halt das, was leider in seiner Ecke sehr beliebt ist. Er macht halt erstmal die große Aufregung, die große Ankündigung. Man sieht es ja hier auch. Er macht halt hier das Interview mit Tucker Carlson und es geht hauptsächlich davon, das Risiko-AI. Und er würde das jetzt natürlich auch wieder, er kommt als der Retter da rein und er baut eine wahrheitssuchende AI. Also hier steht es auch, Maximum Truth Seeking AI. Und er versucht, die Natur des Universums zu verstehen. Darunter geht es halt leider nicht. Und das ist, genau wie du schon sagtest, alle anderen Beweggründe bei ihm vorher waren halt sehr durchschaubar und auch diese Manöver finde ich sehr durchschaubar. Und ja, ich sehe das sehr kritisch, was er da tut und wie er das auch alles so als Spielball für seine eigenen Unternehmungen missbraucht. Bin ich ehrlich. Ja, ich finde es, das, was ich hier wirklich sehr schwierig finde, ist das Thema, haben wir ja auch schon öfter gehabt, dass ja auch ein Bestreben von unserem Projekt war, so ein bisschen ein Gegensteuern gegen diese doch teilweise sehr populistischen Meinungen, die auch viel auf Angst basieren. Weil jetzt ja auch gerade, das ist auch, wo wir nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir nochmal näher auf Auto-GTP und die Agents und so zu sprechen kommen, also quasi jetzt die intelligenteste Form, die wir aktuell haben von KI, geht es halt wieder sehr stark in die Richtung, oh, das ist jetzt alles gefährlich und ich bin aber jetzt der Einzige, der euch dabei helfen wird, eine ungefährliche KI zu bauen und so. Und das geht halt, wie gesagt, so voll in diese Angstmachungs-Narrative. Und da habe ich halt persönlich auch ein Problem mit, finde ich auch sehr schwierig. Vor allem, ich zeige hier auch mal den Artikel dazu, muss ein bisschen jonglieren hier, weil ich da ein bisschen was, da, genau. Genau, Reuters hatte das halt als erste ausführliche Meldung gebracht, was soll damit auch passieren. Also es stimmt ja natürlich, dass Sprachmodelle Dinge erfinden, hatten wir oft genug gezeigt und auch erklärt, woher kommt das, wie kann man das eingrenzen, wie kann man das vermeiden und so weiter und so fort. Mr. Musk hat aber vorher schon eben sehr stark auch in seiner Bubble gewettert, dass eben Chachibiti ja woke sei und vor allem irgendwie liberales Gedankengut teilen würde, was absoluter Unsinn ist. Aber OpenAI hat sich halt entschieden, bestimmte Sachen einfach nicht frei zugänglich zu machen. Das bedeutet halt einfach, das, was eben von einigen dann immer als Free Speech, also freie Meinungsäußerung, getan wird, sie sagen halt Hate Speech oder Rassismus, wollen sie halt absolut verhindern. Und das ist eigentlich das, was Elon Musk will. Er will halt eine KI, die alles sagt und alles tut und dann sollen andere sich darum kümmern, was die Konsequenzen daraus sind. Und deswegen ist auch dieses Truth Seeking, also Wahrheit suchend, der eine oder andere wird das vielleicht wissen, das Social Network von Donald Trump heißt ja auch Truth, Truth Social. Und das ist halt ein Begriff aus der genau alternativen rechten Ecke, wo eben immer behauptet wird, wir wissen die Wahrheit, aber der Großteil von dem, worauf ja TRT-GPT basiert, sind Forschungsberichte, sind Bücher, sind veröffentlicht und Publikationen und so weiter und so fort. Das erfindet die Sachen ja, zumindest da, wo es wirklich die Daten auch hat, nicht aus dem luftleeren Raum. Aber manchen passt das halt natürlich nicht. Die wollen eben gerne, dass dort anders Dinge dargestellt werden und anders über Dinge geredet wird. Und deswegen bin ich mal wirklich gespannt, was da irgendwie am Ende dieses Truth GPT liefern soll und ob es nicht eben eine viel unsicherere Sprachmodell wird als die, die bisher da sind. Deswegen, ich würde ganz gerne vielleicht mal den Kommentar von Publikum mit einblenden. Jetzt wird es doch ein ganz klein bisschen politisch beziehungsweise es ist halt wichtig, auch noch mal drauf einzugehen, warum es problematisch ist, wenn es vielleicht bisher noch nicht so klar ist. Also keine Sorge, Publikum, ich möchte dich jetzt hier irgendwie auch nicht bloßstellen oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur darauf eingehen, auf dieses Schaden tut es uns ja nicht. Und warum das nicht unbedingt stimmt, dass es uns nicht schadet, wenn halt jemand mit massiv Geld und auch Reichweite und auch entsprechend einem entsprechenden Netzwerk, entsprechenden Kontakten. Es geht ja nicht unbedingt darum, dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Modell wird, das dann konkurrieren kann oder so mit den Größen, die gerade da sind, OpenAI oder so. Da geht es ja gar nicht drum, dass es dann vielleicht eine ganz große Masse oder so an Leuten benutzen, sondern es geht halt A, um die Narrative, die halt geschaffen wird. Das ist halt wirklich super gefährlich, wenn jemand sich halt, wie gesagt, in so ein Fox News reinsetzt und diese Narrative noch viel größer macht in Richtung, das ist alles gefährlich und wir sind in fünf Jahren tot, wenn wir nicht aufpassen und so. Also wirklich alles überdramatisieren und das dann auch wieder eine bestimmte Blase erreicht an Leuten, die halt auch sagen, ja, nee, der Mann hat natürlich total recht und wir können ja jetzt die Macht nicht abgeben an, keine Ahnung, an andere und er wird schon wissen, was er tut und da quasi voll drauf einspringen und dann, so wie René sagt, vielleicht sogar ein Modell entwickelt, das viel gefährlicher ist als das, was wir aktuell haben, auf dem Markt haben. Und wir müssen halt auch bei Auto-GTP und so und bei den Agents, müssen wir halt einfach auch nochmal so drauf eingehen, warum diese Tools, das ist ja auch, warum wir diese, auch ein bisschen diese Aufklärung betreiben möchten, warum diese Tools halt einfach wirklich verdammt mächtig sind und wirklich auch problematisch sein können, wenn wir nicht Lösungen finden für Probleme, die da sind und das macht es halt tatsächlich auch problematisch und gefährlich auch für uns, auch wenn man halt den Elon Musk selber irgendwie nicht ernst oder so nimmt. Er kann halt trotzdem Sachen bewegen. Ich würde ihn total ernst nehmen, also das will ich gar nicht, also da will ich gar nicht missverstanden werden. Er hat sowohl finanziell viele Ressourcen, er hat ein starkes Netzwerk, er hat enorme Reichweiten, also jetzt nicht nur über Twitter, sondern alles, was er sagt, wird überall weltweit abgedruckt und ausgespielt. Also er ist halt eine der einflussreichsten Persönlichkeiten aus den USA und deswegen, ich habe das hier gerade nochmal, was er eben auch in dem Interview sagt, weil die Dinge, die er durchaus kritisiert, ist ja okay. Was ich eben, was ich wiederum daran kritisiere ist, dass er es sich viel zu leicht macht und damit den Eindruck erweckt, dass andere negative Intentionen haben, weil das ist ein bisschen das Spiel, was er jetzt hat. Er tut so, als würden OpenAI und Microsoft vor allem. Das liegt daran, man darf nicht vergessen, Elon Musk hat OpenAI mitgegründet, ist dann 2018, 2019 rausgegangen. Er sollte Chef davon werden. Die Investoren und die Leute, die da beteiligt waren, haben sich aber für Sam Altman, den jetzigen CEO von OpenAI, entschieden und Elon Musk hat damals nicht geglaubt, dass wirklich das, was sie da tun, dahin gehen wird. Also er war eigentlich skeptisch, also er war kritisch, aber skeptisch, dass sie das überhaupt schaffen, hat dann das Interesse verloren, hat sich dann mit anderen Dingen eher beschäftigt und jetzt ist das eher so ein bisschen so eine Retourkutsche, weil er eben da eigentlich den Zug verpasst hat und er will jetzt wieder rein in diesen Zug. Und deswegen tut er so, dass die anderen böse sind, sie würden nicht verstehen, wie kritisch das Ganze ist, deswegen sagt er ja auch noch hier, es ist eben das Potenzial, die ganze Zivilisation zu zerstören und es ist eben komplizierter, eine AI zu entwickeln, als zum Beispiel jetzt irgendwie Autoproduktion oder eben Flugzeugdesign zu erstellen und so weiter und so fort und das stimmt, das ist genau das, aber dann eben so zu tun mit, okay, unsere AI wird ausgerichtet sein auf eben Wahrheitssuche und auf die, er glaubt, dass eine AI sicher gebaut werden kann, alleine dadurch, dass sie darauf ausgelegt ist, die Ursprünge und die Zusammenhänge des Universums zu entschlüsseln und wenn sie das tun würde, dann würde sie weniger schädlich. Und auch da wieder, das mag ein interessanter Ansatz sein, aber A ist ja nicht neu und B, so leicht ist es dann doch nicht. Auch da wieder ist es so, er überhöht halt seine eigene Position und macht andere schlecht. Und gerade wer sich mit autonomen Autos, also selbstfahrenden Autos beschäftigt, wo ja Tesla, ja, also wirklich jedes Jahr behauptet, Ende des Jahres haben sie jetzt ein selbstfahrendes Auto. Also wäre die ganze Diskussion gerade letztes Jahr auch mit den ganzen Klagen, die da jetzt kommen, weil halt immer mehr Verkehrsunfälle mit dem Autopiloten von Tesla eben dokumentiert werden, also mehrere hundert mittlerweile schon und immer wieder werden dort falsche Behauptungen gemacht, also falsche Produktversprechen, falsche Versprechen im Sinne von, was sie können, was sie nicht können und darin ist er ein Meister, Dinge, Leute zu verkaufen, die nicht stimmen und deswegen sehe ich das im KI-Umfeld und wir sind sehr kritisch gegenüber OpenAI auch. Wir finden da auch vieles, was sie tun, nicht ausreichend transparent und auch nicht ausreichend abgesichert und so weiter und so fort. Aber das ist halt so ein bisschen meine Sicht zumindest darauf und wie gesagt, eben eine wahrheitssuchende KI ankündigen und das bei Fox News zu verbreiten, das ist schon, das kann man schon gar nicht mehr Ironie oder Satire nennen, das ist echt von einem anderen Stern, also keine Ahnung, das ist einfach, passt nicht zusammen und deswegen, wir werden das sicherlich begleiten, aber er wird auch eine Weile brauchen, weil er spricht jetzt darüber, dass er alle möglichen Leute abwerben will, aber ganz viele sagen natürlich auch, nein danke, weil auch das wieder, viele wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben, nach auch den Aktionen, wie viele Leute er bei Twitter rausgesetzt hat, einfach mal so, nur weil er es konnte, also er hat ja auch nicht den besten Ruf mittlerweile mehr, was das angeht. Deswegen, es wird sicherlich sechs Monate oder so brauchen, bis man da was Konkretes wahrscheinlich mal sieht und da muss man gucken, wie gut ist das wirklich und bringt es die gesamte Diskussion weiter oder ist es für ihn nur ein Versuch halt zu sagen, okay, ich bin jetzt hier auch in diesem Geschäft drin und kann hier einfach mitverdienen. Ja. 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 Ich denke, da können wir dieses News-Segment, glaube ich, auch gut mit abschließen. Das ist ein guter Schlusssatz. Wir hatten es ja vor zwei Wochen auch noch mal näher beleuchtet, auch mit dem großen Rennen, gerade um bestimmte KI-Anbieter, die halt doch in eine sehr wirtschaftlich geprägte Richtung gehen und da muss man halt tatsächlich auf jeden, der mit entsprechenden Ressourcen hat, ein kritisches Auge werfen, weil letztendlich Land ist dann doch irgendwann, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber es wird irgendwann Einfluss auf uns haben. Vielleicht wollen wir dann kurz die Runde weitermachen, wer noch gerade eben sich dort jetzt in dem Bereich geäußert hat und auch positionieren wird. Überraschung. Amazon, genau. Also Amazon war bisher recht zurückhaltend, ganz kurze Einordnung. Die meisten kennen von euch vielleicht Amazon hauptsächlich eben als Online-Shop oder durch Twitch, wo wir auch gerade streamen oder auch durch andere Sachen, aber eigentlich auch Spiele. Stimmt, ist ja auch ein Spiele-Publisher. Aber AWS, also Amazon Web Services, ist der größte Anbieter von zum Beispiel Cloud Services, also größer als Microsoft und auch viel größer als Google. Da hat sich Amazon in den letzten zehn Jahren unglaublich ausgebreitet und ist auch für viele die erste Anlaufstelle, also auch für viele Unternehmen und so, eben auf AWS ihre Webseiten, ihre Anwendungen, ihre Apps zu hosten. Also ist eben, da ist Amazon führend und auch sehr dominierend sogar. Und die haben bisher sich sehr zurückgehalten gehabt zu dem ganzen Thema. Also es gab schon kleinere Möglichkeiten, auf AWS Machine Learning Modelle natürlich zu benutzen, aber dass es so eine richtige Initiative und Plattform dafür gab, das ist jetzt erst gekommen. Das war vor drei Tagen. Das nennt sich Bedwalk. Also ich glaube, das ist einfach der Steinboden, oder? Das ist so die Übersetzung. Also es ist eigentlich so das Fundament so ein bisschen, was sie da mitbauen wollen. Ja. Und was ganz interessant dabei ist, AWS oder Amazon sagt jetzt gar nicht, wir bauen jetzt hier alles selbst, sondern es wird vor allem eine Kombination und auch Angebot von bestehenden Lösungen gehen. Also wir wollen das jetzt nicht alles im Detail durchlesen. Wer da mehr lesen will, zu einfach eben mal Amazon Bedwalk eingeben. Das heißt, zum Beispiel, sie arbeiten mit Stability zusammen, also Stability Fusion, wird man darauf laufen lassen können. Man wird, ich glaube, auch hier von, wie heißen sie gleich hier, Antrofic, also das Cloud-Modell und so weiter und so fort. Sie wollen verschiedenste Open-Source und Closed-Source-Modelle anbieten und die Leute können sich die ganz normal einfach mieten und dort dann ihre eigenen Applikationen darauf entwickeln. Und ja, deswegen, wie gesagt, Amazon hat sich da jetzt zu geäußert, wird wohl auch jetzt recht schnell verfügbar sein. Und was sie nur angedeutet haben, ist, sie wollen auch was Eigenes entwickeln. Aber ob sie da auch was Bestehendem aufsetzen oder wirklich von Null anfangen, das war jetzt noch nicht so ganz klar, aber sie sprachen von einem eigenen Foundation-Model. Da würde man mal gucken, wo die Richtung hingeht. Aber zumindest hat Amazon da jetzt auch was am Start. Ich muss mal ganz kurz an die Tür, weil meine Kater will raus, sorry. Du kannst ja ganz kurz übernehmen oder kurz Fragen beantworten. Ich übernehme kurz. Tatsächlich gibt es jetzt gerade auch gar nicht so viel mehr zu dem Amazon-Ding zu sagen, weil sie halt einfach gesagt haben, wir sind jetzt auch mit dabei und so viel im Detail haben sie jetzt halt quasi auch noch nicht wirklich verraten, außer das, was Rini gerade schon gesagt hat. Aber ich glaube, der Kater ist auch schon draußen. Ja, bin wieder da. Und Fragen sehe ich tatsächlich gerade auch nicht. Gut. Dann machen wir weiter mit dem Google. Über Google reden wir ja immer wieder. Da gab es halt jetzt nochmal weitere Interviews und auch die haben ein sehr langes Interview mit 60 Minutes gegeben. Das ist von CBS, also US-Fernsehsender. Kennt ihr eine andere? Oder vielleicht gibt es schon ganz lange. Das ist so eine Reportage-Magazin-Sendung, wo Google ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Also im Sinne von, was ist, ja, was denken sie sich gerade bei ihren AI-Entwicklungen? Warum gehen sie so zögerlich ran? Also Google muss die ganze Zeit allen Leuten immer erklären, warum sie ein bisschen langsamer sind. Das kommt dabei ganz gut rum. Und gleichzeitig wurde dort das Projekt Magi oder die Initiative Magi angekündigt. oder Magi oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es kommt von Magikarp, also von dem Fisch. Warum sie sich das wieder ausgesucht haben, I don't know. Es sind immer wilde Tiere. Also entweder ist es ein Lama oder ein Alpaka und jetzt ist es ein Fisch. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass es Magi ist. Vielleicht spricht man es auch leicht anders aus. Wenn ihr mal seht, dass ich hier kurz nach links gucke, dann hat das immer damit zu tun, dass ich hier gerade was übertrage, also übertragen will. Ganz schön frech von dir einfach nach links zu gucken, René. Ja. Und ich habe leider die Übertragung ausgemacht, deswegen muss ich sie kurz wieder aktivieren. Vorführeffekt. Und was Google halt dort so ein bisschen erklärt ist, dass sie, also hier eben, das ist so eine Zusammenfassung, ist wieder eben hier der Sundai Pichai, der eben Vorstandsvorsitzende von Google, den hat mir beim letzten Mal auch schon ein bisschen aus dem anderen Interview vorgestellt, was er gerade so sagt. Und da erklärt er eben, wie gesagt, so nochmal ein bisschen, warum sie da anders vorgehen, auch ein bisschen langsamer vorgehen. Was sie aber wirklich jetzt konkret das erste Mal gesagt haben, das ist ab Mai schon, auch erstmal testweise in den USA mit, ich glaube, einer Million Leuten am Anfang und so. Es wird direkt in der Google-Suche jetzt ein KI-Modell mit eingebunden. Und das ist tatsächlich, was es auch wirklich spannend macht, weil wir hatten ja in den letzten Wochen, haben wir öfter mal darüber gesprochen, dass Google im Moment sehr hinterherhinkt bei den anderen. Also aktuell keine wirkliche Konkurrenz gewesen zu dem, was halt Bing schon kann. von Microsoft oder auch eben von OpenAI mit ChatGPT. Da war Google, also BART. Also wenn ihr irgendwo in den letzten Tagen Schlagzeilen oder so gesehen habt, dann war es, wenn dann ChatGPT, vielleicht auch noch was zu Bing, aber wer hat in den letzten Wochen was von BART gehört? Da waren sie einfach mit dem Modell ziemlich hinterher. Und dass sie jetzt halt sagen, okay, wir machen das wirklich in der Suchleiste, das ist wirklich schon wieder eine größere Message, die auch wieder mehr Einfluss dann auch darauf haben wird, wie wir halt mit KI umgehen. Weil ich frage mich vor allem auch, also René und ich hatten uns im Vorfeld auch noch mal so ein bisschen, also bevor dem Stream noch mal darüber unterhalten, dass wir den Eindruck haben, dass man vielleicht so das Gefühl hat, dass die News so ein bisschen abflachen oder so, weil auch wieder insgesamt ein bisschen weniger darüber geredet wird. Teilweise geht es auch medial wieder ein bisschen weniger zurück. Und zumindest ich begegne auch immer noch sehr vielen Leuten, die es entweder noch nie gehört haben oder sich auch nicht so richtig interessieren. Ich merke das auch bei den Artikeln, die wir im Tech-Bereich dazu haben. Also man braucht, im Moment braucht man schon irgendwie eine emotionalisierte Story, damit die Leute sich wirklich da interessieren. Und ich glaube, dass das da aktuell daran liegt, dass es im Moment noch keinen richtigen Einfluss auf unseren Alltag hat. Im Moment reden wir noch sehr viel darüber, dass es einen großen Einfluss haben wird. Und so, ich denke halt, diese ganzen Modelle werden sich immer mehr und mehr in den Alltag einschleichen, ohne dass man es halt so richtig mitbekommt, was ja auch für eine gute Nutzerfreundlichkeit spricht, wenn man eigentlich kaum merkt, dass man ein neues Tool in der Form benutzt und nur merkt, dass einem irgendwie was leichter fällt. Und ich glaube, dieser Schritt, der könnte da echt noch mal viel ändern, wenn es tatsächlich auf Google plötzlich ist. Ja, definitiv. Weil bisher sind ja auch Bad nur eingeschränkt und eigentlich auch ein bisschen abgetrennt. Also, man sieht da auch nicht genau, wie Bad direkt auf das Internet zugreift oder ob es auch eher wie ChatGPT auch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Daten hat und die dann verwendet und so weiter und so fort. Und jetzt mit dieser neuen Initiative scheint eben Google auch zu sagen, okay, wir werden mehr an unser Hauptprodukt, also an die Google-Suche, diese KI-Modelle mit anbinden. Ich versuche eigentlich, diesen Artikel hier gerade freizuschalten, aber das ist wieder typisch, wir reden über KIs und einfachste Login-Geschichten funktionieren einfach nicht, weil ich habe eigentlich einen New York Times Account, also auch einen bezahlten Account, aber auf den kann ich gerade nicht wechseln, weil er mich immer wieder auf den alten Account packt. Egal. Welcher Artikel war das denn? Es geht hier um, nee, das ist falsche Bild, Sekunde. Es gab eben einen Bericht der New York Times, der das Ganze losgetreten hat. Wie gesagt, also das ist die Überschrift dazu. Wie gesagt, ich habe eigentlich... Überschrift reicht ja schon, um darüber zu reden. Komm gerade leider nicht irgendwie gewechselt in meinen richtigen Account, warum auch immer. Und da sind zwei Sachen drin. Einerseits eben diese Magi-Initiative wird darin beschrieben mit den konkreten Plänen und das Zweite ist, und da haben wir wieder dieses Wettrüsten der Tech-Konzerne, darin wird eben angedeutet, dass Samsung immerhin, ich glaube, so fast 25 Prozent Marktanteil, was Handys angeht, angekündigt hat oder intern wohl sehr stark überlegt, von Google als Standardsuche auf allen ihren Geräten zu wechseln auf Bing. So, und Samsung wäre so ein erster Dominostein. Also wenn auf einmal Samsung sagt, auf allen unseren Geräten ist Bing vorinstalliert und voreingestellt, könnte das dazu führen, dass Apple, da laufen die Verträge nächstes Jahr aus, also 2024, dass Apple, die ebenfalls wohl schon angekündigt hat, nicht so hundertprozentig zufrieden zu sein mit Google, aber es können natürlich auch einfach Verhandlungssachen sein, also weil man vielleicht mehr Geld will. Also Google muss zahlen dafür, dass sie auf Samsung-Geräten und auf Apple-Geräten sind. Und Microsoft wäre natürlich happy, da ein paar Milliarden eher drauf zu packen, weil dann könnten sie auf einmal vielleicht von unter 10% Marktanteil auf einmal vielleicht auf 30% oder 40% Marktanteil im Suchmaschinen-Business sein. Und diese Hintergrundgespräche oder auch Ankündigungen zwischen jetzt Samsung und Google und Samsung und Bing scheinen auch mal diesen Druck erhöht zu haben, sozusagen halt, okay, weil Samsung wohl auch interessiert ist, einfach modernste Technik einzusetzen und deswegen ist Bing dann ein wenig sexier, weil es eben GPT-4 mit benutzt und das scheint eben dann doch Google zu pushen, okay, wir müssen in unserer Suchmaschine auch sowas anbieten, ansonsten könnten wir Probleme haben, dass uns Partner einfach flöten gehen. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Neulinge noch mit dabei sind, also GPT-4 ist aktuell das stärkste sogenannte Large Language Model, also das ist halt auch was, ShedGPT ist ja das, was man so vielleicht noch kennt, basiert halt auf GPT und da sind wir gerade bei 4, aktuell bei der stärksten Version, die wir haben. Ich muss auch sagen, aus unserem ganzen News, aus unserer Newsflut, die wir jetzt mitgebracht haben, ist das für mich persönlich tatsächlich auch die spannendste News. Also, ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, was ist eigentlich die spannendste für mich und jetzt habe ich nochmal so ein bisschen unser Newsfeed-Revue passieren lassen und ich denke, das finde ich eigentlich gerade eigentlich so mit den stärksten und interessantesten Schritt, weil der tatsächlich auch einfach Einfluss haben wird, auch sehr viele Leute, die eigentlich noch gar nichts mitbekommen haben, aber täglich googeln. Und das ist, weil man ja in einer bestimmten Bubble steckt, was wir ja aktuell auch tun, ist zwar eine sehr nischige Bubble mit der KI, sich da so drauf zu stürzen, noch, das wird nochmal spannend, wenn es dann tatsächlich nochmal bei Google integriert ist. Was ich ganz interessant auch wiederum bei Google fand, das ist auch ein bisschen der Unterschied zu vielleicht auch, was wir vorher hatten mit dem Truth, TPT und Elon Musk. Google selbst hat sehr konkrete, ich würde fast sagen somit, die besten Vorschläge für Regulierung von AIs veröffentlicht. Also den Link findet ihr einfach auch unter AI Google. Das ist jetzt nicht ganz, ganz neu, aber ist jetzt auch nicht irgendwie outdated oder so und es ist wirklich sehr praktisch, ist auch mal ein bisschen übersichtlicher, also nur zum Vergleich zum Beispiel die Vorschläge des Deutschen Ethikrates, die ich auch nicht so schlecht finde, wie sie von manchen gemacht werden, aber das ist ein Dokument mit über 300 Seiten. Lässt sich kein Schwein durch. Ich habe es mir auch nicht komplett durchgelesen, ich habe mir nur die Sachen durchgelesen, die letztendlich auch für mein Arbeitsumfeld relevant sind. So und das ist halt jetzt hier mal ein 20-seitiges Framework. Wie gesagt, ich finde es gar nicht schlecht, es ist auch relativ neutral, also da hat man jetzt nicht den Eindruck, so da wird jetzt gegen OpenAI geschossen, weil die vielleicht ein bisschen vorne liegen, sondern es ist wirklich eigentlich ein ganz gutes Set, wo man auch das Gefühl hat, da ist Google tatsächlich auch wirklich bemüht, einen fairen und auch für alle handhabbaren Ansatz zu finden. Also AI nutzen, ja, macht Google ja selbst auch. Und nicht zu vergessen, im DeepMind, das ist so das zweite große Forschungslabor neben OpenAI aus Großbritannien, gehört ja zu 100 Prozent Google. Also Google will mit AI auch Produkte entwickeln und will damit auch Geld verdienen, aber man merkt halt, sie versuchen wirklich darüber nachzudenken, was sind die Auswirkungen und wie kann man damit vernünftig umgehen. Deswegen finde ich das bei Google aktuell durchaus löblich. Google macht auch andere Dinge, die nicht immer löblich sind, aber in dem Fall finde ich ihr Vorgehen nachvollziehbar. Und ich hatte den Eindruck, es hat nicht nur damit zu tun, dass es nur um ihr Businessmodell geht, sondern ich glaube, sie wissen, wie viel AI, wie viel Power dahinter steckt, weil sie eben ja auch die Vorreiter eigentlich damit sind und in ihren Laboren wahrscheinlich auch sehr leistungsfähige Modelle haben, die die Öffentlichkeit gar nicht kennt und daher aber auch wissen, welches Risiko dahinter stecken kann. Ja, in dem Fall bin ich ja auch selbst ein Stück betroffen, was halt auch meine Arbeit angeht, weil wir sind auch sehr abhängig von Google, sage ich mal. Also, wer mich nicht kennt, ich bin die Chefredakteurin von meinem MMO und wir so als Online-Gaming-Webseiten-Angebot, wir sind natürlich sehr stark darauf angewiesen, dass Leute uns über Google finden. Sprich, unser ganzes Modell ist auch zum Teil einfach darauf spezialisiert, die Suchmaschine zu lernen, die Suchmaschine zu verstehen und vor allem auch Leute zu verstehen, die die Suchmaschine benutzen und wenn halt irgendeine Frage über Google kommt oder Leute auf Google Discover ihre News surfen und so, dann müssen wir einfach wissen, wie funktioniert dieser ganze Kosmos, dass die Leute letztendlich auf unseren Artikeln landen, weil das ist quasi unser ganzes Geschäftsmodell und wir haben dann halt auch wieder Werbeausstrahlung auf den Webseiten, durch die wir dann wieder Geld verdienen, durch einen Reihenklick verdienen wir ja kein Geld und da mache ich mir natürlich auch gerade Gedanken so, wie das dann für uns so wird, wenn dann auch innerhalb von Google auch direkt Fragen beantwortet werden können über diese Chat-Modelle und so, das wird halt auch bei uns ganz schön viel durcheinander würfeln, also ich habe da übrigens keine Angst vor oder so, ich bin nie ein Typ gewesen, der irgendwie vor irgendwelchen Veränderungen Schiss hatte, ganz im Gegenteil, ich finde das gerade auch wieder hochspannend und bin da auch eher neugierig, wie es da weitergeht und ich bin sowieso für mich, ich habe mich irgendwann entschieden, ich bin wandelbar und kann überall schon irgendwie reinfinden, wenn ich will. Genau, da passt ein bisschen ganz gut dazu, es gibt einen neuen Report, das ist von Scale heißt die, das ist auch eine Firma, die sowohl KI-Modelle hostet, auch selbst in der Entwicklung von Machine Learning, Deep Learning Systemen aktiv ist und die hat halt mit sehr vielen Leuten geredet, hat halt Umfragen gemacht und so weiter, hier sind drei sehr bekannte Gesichter aus der ganzen AI-Welt, das ist hier der Greg Borkman von OpenAI, also das ist der aktuelle Präsident und Co-Founder, dann der Edian Gomez, das ist Kohier, Kohier ist eigentlich so ein bisschen das kleine, teilweise aber coolere Version von OpenAI, also die so ein bisschen im Schatten stehen, weil sie keine Produkte entwickelt hatten, aber die Modelle von Kohier sind wirklich gut und auch gut benutzbar, also konnte man nämlich schon früher auf eigenen Cloud-Anwendungen selbst hosten, was bei OpenAI ja erst seit kurzem geht und hier ist der, über den wir auch schon oft gesprochen haben, der IMAT Mostag von Stability AI, zu dem kommen wir nachher auch noch gleich nochmal und da kommt nochmal sehr deutlich raus, wie krass jetzt alle Firmen wirklich realisiert haben, es geht nicht mehr ohne, also hier, das kommt aus dieser Umfrage raus, eben 89 Prozent aller befragten Firmen geben halt an, ich glaube, es geht um die nächsten zwölf Monate halt auf Basis oder mit AI ihre Produkte und Services zu entwickeln und so weiter und so fort, also das ist eben schon eine ganz deutliche Ansage, dass halt keine Firma mehr da vorbeikommt, hier 72 Prozent haben angegeben, auch ihre Investments zu erhöhen, aktuell geht man davon aus, dass alle Tech-Firmen zusammen in den USA alleine irgendwie jetzt über die nächsten ein, zwei Jahre über 100 Milliarden US-Dollar in dieses Segment bringen werden, was die größte Einzelinvestition ist seit der Erfindung von Internet und Social Media Networks. So, also da sieht man schon ein bisschen, das ist halt dann doch mehr als auch zum Beispiel Krypto und Web 3.0-Hype oder so, wo zwar viel auch drüber geredet wurde und viele versucht hatten, was zu verdienen, aber da stiegen eben nicht die großen Unternehmen und Organisationen ein und das zeigt sich jetzt ganz deutlich, keiner kommt mehr daran vorbei und deswegen muss eben Google jetzt auch Gas geben, weil ich denke mal, dass diese Mai-Geschichte, also Mai schon das anzubinden, bestimmt nicht ihr präferierter Zeitrahmen war. Also wenn es nach Ihnen ging würde, würden wir wahrscheinlich sagen, naja, Ende des Jahres wäre doch auch ganz cool. Ach ja, Sie waren ja über die ganze Zeit, waren Sie echt super vorsichtig. Das ist, man muss es halt wirklich auch verstehen, woher Google da kommt. Wir haben es vor zwei Wochen, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber vielleicht nur noch mal die Wiederholung. Natürlich ist es auch für Google schwierig, weil ihr ganzes jetziges Geschäftsmodell basiert halt darauf, dass du dich, dass du halt googelst und da dann halt auch Werbeausstrahlung da ist, in welcher Form auch immer. Das ist halt ihr ganzes Monetarisierungssystem und da ist schon verständlich, warum sie noch mit irgendwie am vorsichtigsten waren, weil ich bin ganz bei dir, René, ich gehe auch zu 100 Prozent davon aus, dass sie eigentlich schon ziemlich viel Power im Hintergrund haben, von der wir gar nichts wissen. Also, ja, und jetzt mit den ganzen, dieses Wettrennen, das hatten wir vor zwei Wochen auch schon angekreidet, dass genau dieses Wettrennen um die Marktherrschaft gerade dazu auch führt, dass eventuell halt Sachen passieren, die wir dann irgendwann auch nicht mehr wieder rückgängig nehmen können mit solchen, also, jetzt geht es wieder so ein bisschen in die Duma-Richtung, in Richtung Superintelligenzen und so, da werden, also das, da müssen wir halt auch nochmal drüber sprechen. Das heben wir uns auch ein bisschen auf. Das heben wir uns auch ein bisschen auf, aber habt ihr mal den Teaser, ich merke, der Chat ist heute ein bisschen ruhiger. Ich hoffe, ihr seid alle nicht eingeschlafen jetzt bei unserem Vortrag, aber wir werden heute auch über Superintelligenzen noch reden, also, und das hängt auch damit zusammen. Ich wollte gerade zum nächsten schon weitergehen, aber jetzt, manchmal ist das Internet echt schwierig, weil Adobe, die, ja, bekannte Nummer eins im Bereich Anwendungssoftware eben für Video, für Design, für Fotobearbeitung, für tausend andere Dinge. Also, ich habe letztens auf den Katalog von Adobe geguckt und dachte mir, oh Gott, wie viele Icons haben die da eigentlich drin? So, und Adobe wiederum hatte ja schon vor ein paar Wochen Firefly angekündigt. Ja. Das ist ihr eigenes, selbst trainiertes Modell für Text-to-Bild-Generation auf eigenen Bildern, also lizenzierten Bildern. Deswegen sind auch ganz viele da super heiß drauf, weil es das erste Bild-Generationsmodell wäre, was weitestgehend sicher wäre für kommerzielle Nutzung. Und jetzt haben sie die Tage angekündigt, und das wollte ich gerade jetzt übertragen, aber ich komme nicht auf den Artikel, weil er immer will, dass ich mich einlogge und um mich einzulocken, muss ich auf mein Handy zugreifen, was ich gerade nicht griffbereit habe, haben sie eben das angekündigt, das komplett auch auf alle anderen ihre Produkte nach und nach auszuraulen, vor allem jetzt erstmal für die Videobearbeitung. Ja. Das ist tatsächlich auch nochmal super interessant. Da sind wir auch wieder im Bereich Filmindustrie zum Beispiel. Das ist sehr stark interessanter für YouTube, also Content Creation, auch im Bereich Video, für Videospiele, selber auch sehr interessant. Also ja, letztendlich alles natürlich, wo wir im Bereich Video mit in Berührung kommen. Und das wird jetzt, glaube ich, auch nochmal so dieser nächste OH-Wow-Effekt bei Leuten auslösen, weil ich habe immer den Eindruck, dass die Bildgeneratoren, die haben irgendwie im Mainstream auch so mit den größten Wow-Effekt ausgelöst, wenn man halt einfach so ein Bild wachsen sieht, das ist halt das eine. Und wenn man dann jetzt dann nochmal im Videobereich auch nochmal relativ easy rumverwerken kann, das ist halt dann wieder sehr visuell. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Monaten auch, ja, so virale TikToks und virale Tweets und so haben, was ja zum Teil auch schon passiert, im Videobereich, dass das jetzt auch nochmal stärker zunehmen wird, wenn wir einfach über auch Adobe da mehr Anwendungsfälle sehen. Da tut sich halt eine zweite Front so ein bisschen auf, in der eben jetzt Adobe sehr weit vorne mitmischt. Es gibt OneWayML, das ist auch ein Videoschnittprogramm, was von Leuten entwickelt wurde, die ebenfalls mit Unstable Diffusion mitgearbeitet hatten. Also es benutzt vor allem die Technologie von Stable Diffusion. Was kann man sich da mal darunter vorstellen? Was machen diese Programme? Also was, man kann ein Videoprogramm machen, was eben wo eine KI mithelfen kann, weil am Ende geht es ja da doch um ein bisschen andere Sachen als jetzt bei der reinen Bilderstellung und ich habe das mal gerade aufgerufen, was zum Beispiel OneWay machte, weil das Tool kenne ich, auf Firefly haben wir leider immer noch keinen Zugriff. Ich bin da zwar schon seit Tag 1 angemeldet auf der Warteliste, aber... Ich kenne aber bisher auch noch keinen. Also so alle Leute, die ich kenne, das dürften auch rund um die 20 Leute sein, die sich relativ zügig auf die Warteliste gesetzt hatten, bisher hat noch niemand einen Zugang von uns bekommen. Was man eben jetzt mit KI in Videobearbeitung machen kann, ist zum Beispiel einfach Objekte im Video ersetzen, Hintergründe automatisch ersetzen oder auch automatisches Tracking von Figuren im Video und solche Sachen. Und das, was jetzt Adobe auch macht, ist auch zum Beispiel auf einen Texteditor zu gehen, das eben, weil viele Leute wollen ja so wie wir jetzt auch gerade vielleicht einen Podcast in ein Video umwandeln oder ein Video in einen Podcast. Das heißt, sie wollen vielleicht Texte erstellen und diese Texte sollen dann mit Videomaterial oder Bildmaterial unterlegt sein. Und damit das immer leichter geht und man nicht das sehr aufwendige System, das, was man ja hier noch von Videobearbeitung kennt, hier unten seht ihr das, eben diese Timeline, dieses Timeline-Editing. Jeder Videoproducer kennt das und nutzt das halt schon seit 20, 30 Jahren in dieser Form. Aber das ist eben für viele Nicht-Experten doch eine ganz schöne Hürde. Alle Spuren zu synchronisieren, das übereinander zu legen, Effekte drauf zu legen, Anpassungen zu machen. Ich habe mal im Radio gearbeitet und ich fand das schon nur mit Audiospuren, mit denen ist das auch schon kompliziert genug und mit Video ist es halt nochmal doppelt und dreifach drüber. Sorry, dass ich hier reingegrätscht habe. Ja, alles gut. Und was jetzt eben hier eine der Änderungen ist, dass alles über eher Sprache gesteuert wird. Man sieht es hier an der Seite, also man gibt seinen Text ein oder man hat sein Interview oder eben seinen Podcast und dann wird das automatisch in Szenen zerlegt. Oder wie gesagt, hier sind eben andere Sachen, dass ich zum Beispiel die Color Correction oder Hintergründe einfach neu generieren lasse. Das finde ich nämlich auch super spannend, weil das geht dann wirklich, das ist bis jetzt echt ein sehr schwieriger Skill, auch sowas wie Color Correction vernünftig zu machen, dass es auch wirklich gut aussieht. Und jetzt sind wir halt bei einem Punkt, wo du halt einfach sagen kannst, keine Ahnung, ihr habt vielleicht sogar mit dem Handy, um mal so ein bisschen so die Zukunft zu spinnen oder wie das in der Praxis aussehen kann, mit dem Handy habt ihr irgendwie ein schönes Urlaubsvideo gedreht oder so, aber keine Ahnung, es ist vielleicht grau und verregnet im Hintergrund. Und jetzt könnt ihr dann halt einfach sagen, im Sinne von, ja, es ist ja gerade das Demonstrationsvideo läuft im Hintergrund, einfach einen Text eingeben mit, ich möchte die Golden Hour haben. Also Fotografen kennen das, das ist dieser Zeitpunkt irgendwo rund um Mittag, wo die Sonne so scheint, dass alles in ein sehr warmes Gold getaucht wird. Stimmt, kurz vor Sonnenuntergang, danke. Kurz vor Sonnenuntergang, ja. Genau, dass alles halt in so ein warmes Licht gehüllt ist, was halt mit Midjourney jetzt ja auch schon super geht, solche Sachen zu erstellen, also mit Bilder-KIs und das gibt halt wirklich jedem auch die Möglichkeit, wie gesagt, Content Creation wird von, wird sowieso schon immer einfacher, ne, also als man mit YouTube angefangen hat, das war schon komplizierter als das, was man jetzt halt mit TikTok macht. Also jedes 14-jährige Kind kann aus dem Schlafzimmer heraus TikToks erstellen und damit rein theoretisch berühmt werden und der nächste große Influencer und das macht halt so, wenn ich dann wieder so auch ein bisschen in Marketing und Content Creation weiterdenke, gehen wir dann halt auch dahin, dass dann bald jedes 14-jährige Kind dann auch krasse Videos dann mit Effekten und so erstellen kann, einfach nur durch ein paar Spracheingaben. Ja. Genau, wie schon gesagt, eben alles, was Stability benutzt, auch unter OneWay, ist eben auch jetzt eben in Partnerschaft mit Amazon gegangen, weil gerade diese Videogeschichten sind natürlich auch hoch aufwendig, was Rechenleistung und so angeht. OneWay ist sehr bekannt geworden, ich finde aber ihren Beitrag dazu nicht, muss ich vielleicht dann doch mal Google benutzen, durch ihre Gen1- und Gen2-Modelle. Was sie damit machen ist, dass man, also Gen2, also G-E-N-2 geschrieben, da habe ich es, ich zeige es euch sofort. Damit kann man komplett Text zu Video machen, aktuell ist das auf drei oder vier Sekunden beschränkt, aber immerhin schon mal. Ich lasse es mal hier kurz jetzt laufen. Wieder das Demo-Video. Not too long ago, Runway pushed the boundaries of generative AI with Gen1. A video-to-video-model that allows you to stoppen. Gen1 war einfach, man hat ein Basismaterial reingegeben und hat es dann nur verfremdet, also zum Beispiel gesagt, ich will den Stil ändern, also ich will, weiß ich aus einem realistischen Videomaterial vielleicht irgendwie ein Simpsons-Look oder was auch immer. Das ist das, was man jetzt hier am Anfang noch sieht. And images to generate new videos out of existing ones. In the weeks since launching, the model has constantly gotten better. Better temporal consistency, better fidelity, better results. And as more and more people gained access, we unlocked entirely new use cases and displays of creativity. And today, we're excited to announce our biggest unlock yet. Text-to-video with Gen2. Now you can generate a video with nothing but words. No driving video, no input image. Gen2 represents yet another major research milestone and another monumental step forward for generative AI. With Gen2, anyone, anywhere can suddenly realize entire worlds, animations, stories, anything you can imagine. Gen2 coming very soon to runwayml.com So, und das ist natürlich für alle Firmen, die im Content-Bereich tätig sind, ein Riesenthema. Genau wie Lea gerade auch sagte eben, wer erstellt die Videos und Inhalte der Zukunft und deswegen gehen da jetzt eben in Adobe so stark rein, da geht auch Kenva, kennt der ein oder andere, ist eigentlich eine Plattform so zum Erstellen von Design-Vorlagen, Präsentations-Vorlagen, aber auch Social-Videos, die haben auch KI-Systematiken vor ein paar Wochen schon eingebunden, weil sie eben, weil jeder eben dort mithalten oder auch ja, den Ton vorgeben will, weil sobald jemand da etwas bessere Systematiken einbaut, kriegen sie natürlich im Zweifel ein paar Millionen neue Kunden, die das gleich nutzen wollen für Content-Erstellung. Die Besonderheit bei Adobe, die man da auch nochmal hervorheben muss, ist, dass sie ja von sich aus sagen, dass sie es aber alles quasi legal mit Copyright machen, weil sie einfach Zugriff haben auf, ich weiß halt da ehrlich gesagt nicht, wie es genau im Videobereich aussieht, aber im Bilderbereich sagen sie ja quasi, ja, wir sind die sichere Variante, wenn ihr Mid-Journey benutzt oder so, dann sind das ja Daten, die, wo eventuell das Copyright in irgendeiner Form verletzt wurde und wir nutzen ja die Daten von unseren Stock-Images und so weiter, wo wir ja eh schon die Lizenzen und Rechte dafür haben, also sind wir quasi der sichere Weg, da kommt ein bisschen Musik entgegen, macht nichts und ich gehe aber mal davon aus, dass sie es im Videobereich ähnlich handeln, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt gerade? Im ersten Schritt geht es gar nicht darum, dass du komplett Videos erstellst, weil so weit sind sie glaube ich gar nicht, weil sie benutzen eben dieses hier, was wir jetzt gerade sehen, sie benutzen Firefly, genau wie du es gerade beschreibst, also bei OneWay ist Stable Diffusion drin, das ist gleich wie MidJourney und hier bei Premiere soll Firefly drin sein, das bedeutet, alles läuft über ihr eigenes Bild-Generationsmodell und dazu haben sie ja die Trainingssätze selbst, ich denke mal Adobe wird noch ein bisschen länger brauchen, um jetzt ein eigenes Text-to-Video-System zu haben, aber auch da Adobe Bild- und Video-Datenbank hat eben beides drin, also sie haben natürlich mehr Bilder wie alle, also auch Getty-Images und wie sie alle heißen, andere Bild-Datenbanken haben fast alle heutzutage auch Videos gespeichert, nur eben weniger und es ist eben, man sieht es auch noch, die Qualität von Bilderstellung, also 2D ist viel besser als Video-3D-Erstellung, das sieht alles immer noch so ein bisschen spielerisch nett, aber eigentlich nicht für professional Zwecke aus, deswegen ist es hier eher interessant für Premiere, diese ganzen Änderungen eben für dieses On-The-Fly-Editing, also ich kann jetzt schnell was rauslöschen, ich kann was einfügen, ich kann was überspielen und so weiter und so fort, genau hier wieder, was man halt sieht, immer dieses Upscaling, also Bilder verbessern oder Input-Material verbessern, Videos hochskalieren, etc. pp. Da kam auch eine Frage von Kunula rein mit, wie lange wird es wohl noch dauern, bis komplette Spielfilme, ohne die zu sehenden Schauspieler gedreht werden, also das, was man da beachten muss, also auch so ein Demo-Video, was René gerade gezeigt hat, das ist ja erstmal eine Demo, ich meine rein in der Theorie würde es ja schon gehen, wenn man eben auch über Deepfake-Technologien geht, dann brauchst du halt trotzdem immer noch den Schauspieler, der zumindest einmal sich quasi als 3D-Modell zur Verfügung stellt und von allen Ecken und Kanten einmal abgelichtet wird, um eben den Schauspieler über jemand anderen legen zu können, dann wird halt quasi nur das Gesicht bezahlt und der Schauspieler geht chillen und irgendjemand ein tolles für Stunt-Double oder so, das ist natürlich nochmal interessant, Stunt-Double interessanter, also realistischer zu machen zur Vorlage. Also ich denke, da sind wir schon noch ein bisschen von entfernt, dass wir einfach dann komplett, weil dafür ist es technisch gesehen noch nicht zu, noch nicht, sind wir noch nicht weit genug und ich glaube, es wird zum aktuellen Zeitpunkt auch noch zu teuer, um es so wirklich umzusetzen, aber auch im Film wird es zum Teil ja schon benutzt, also wo es dann eher dann auch Gebrauch bekommen wird, so wie René gerade gesagt hat, ist dann halt eher auch im Bereich, wie können wir unser Material nochmal verbessern, das Editing nochmal verbessern, Sachen rausretuschieren oder nochmal anpassen oder was weiß ich was. Ich denke so, die ersten Schritte, wenn man dann den Schritt weiterdenkt, ist dann vielleicht so was wie, hey, wir brauchen bald keine Fetsuits mehr oder so, weil man kann ja leicht dann auch mit AI irgendwie die Person ein bisschen deformieren oder so, wenn man halt aus welchen Gründen auch immer keine übergewichtige schauspielende Person nehmen möchte, sondern irgendeinen schlanken Menschen lieber in einen Fetsuit steckt, warum auch immer, wird aber gerne gemacht, also bei solche Spielereien, das denke ich, das wird schon, weiß nicht, das wird schon mal schneller kommen, aber dass du halt komplett auf die Schauspieler und so verzichten wirst, das glaube ich, ist noch ein bisschen hin. Hier werden wir, glaube ich, eher das so sehen, dass halt gerade im Nicht-Blockbuster-Bereich wahrscheinlich das eher eingesetzt werden wird als im Blockbuster-Bereich, also mit Blockbuster meine ich sowas, das, was nachher auch irgendwie über Netflix, Disney+, Prime und so weiter landet, also aufwendige Serien aller Game of Thrones oder auch Herr der Ringe und so weiter und so fort, weil da ist der Anspruch an Präzision und auch an künstlerische Gestaltung so hoch noch, dass die aktuellen Modelle und Systeme da einfach nicht mithalten können, weil fast alles mit KI-Generiertes im Bildbereich hat einfach Fehler, also im Sinne von Dinge, die da nicht eigentlich reingehörten, die muss man alle nachkorrigieren und so weiter und so fort, wie man es auch gerade gesehen hat, die Übergänge passen nicht immer so wirklich 100 Prozent, aber für Leute, die eben jetzt auch alleine vielleicht Sachen drehen, also die einfach mit ihrer Spiegelreflexkamera loslaufen und versuchen irgendwelche Geschichten zu erzählen, die werden mit diesen Tools weiterkommen, als sie bisher gekommen sind. Das gleiche im Gaming-Bereich, Leute, die jetzt eben mit einer Unreal Engine und Unity die neuesten Module und Elemente benutzen können, können halt Dinge bauen, die vor zehn Jahren ein Team von zehn Leuten vielleicht gebraucht hätte. Es gibt ja dieses eine, berühmt im Anführungsstrichen, aber das weitesten verbreitetste Beispiel, nämlich von hier Corridor Crew, das ist ein riesiger YouTube-Kanal, der sich nur so mit Video-Editing und Technologie-Einsatz und so beschäftigt und die hatten ja ein Video gedreht. Ich lasse es jetzt gerade mal ablaufen. Wir kriegen keinen Strike dafür auf YouTube nachher. Falls es ein bisschen ruckelt, das Video ruckelt nicht, also das kann jetzt nur durch die Übertragung sein. Die zeigen halt, wie sie durch eigene Aufnahmen, also ich springe jetzt mal ein bisschen zum Endprodukt, also man sieht es, also sie drehen, filmen das selbst im Studio und packen dann AI obendrauf, um diesen Stil zu generieren, also um diesen Animation-Stil zu machen und packen das dann teilweise auch noch in 3D-Welten rein und so weiter. Also sehr viel Aufwand. Ich glaube, es hat über einen Monat gedauert, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Sie erklären sehr genau, wie aufwendig das war und das, was am Ende dabei aber rauskommt, ist schon sehr sehenswert. Aber wie gesagt, nochmal, das ist halt dann in einem Bereich von, okay, zwei, drei Stufen unter dem, was halt vielleicht eben dann auf Netflix und Co. laufen würde, aber eben für die ganz Top-Produktionen wird man das noch nicht nutzen. Also wie gesagt, wer sich dafür interessiert, kann ich den Kanal nur empfehlen, Corridor Crew heißt der, einfach auf YouTube googeln, findet ihr, auf YouTube googeln ist auch ein tolles Wort, auf YouTube suche. Das googeln hat sich sehr, sehr eingebürgert. Also auch wenn man auf Bing auf einmal unterwegs bin, dann google ich trotzdem in meinem Kopf. Ja, außerdem vielleicht nochmal nur ganz kurz noch auf das Filmthema und ob jetzt Schauspieler ersetzt werden. Also man darf halt auch nie unterschätzen, dass Menschen einfach gerne Menschen sehen möchten und ihnen folgen. Sonst wäre halt auch der Boulevardteil der Medienlandschaft halt nicht so riesig und so gerne gesehen durch viele Leute. Gilt auch für Influencer und Influencerinnen, die natürlich wird es auch weiter was im Bereich virtuell geben. Gibt es ja auch schon VTubing und was halt im Moment auch so ein bisschen Marketing-Gags sind, virtuelle Influencer und so. Aber letztendlich lieben Menschen es einfach, sich mit Menschen zu beschäftigen. Wir sind halt einfach Herdentiere und das gehört mit dazu und das wird, denke ich, auch nicht so schnell aussterben, dass Leute einfach wirklich Menschen sehen wollen und eben auch, oh, wer hat denn jetzt wen geheiratet? Und habe ich da etwa ein Baby-Bäuchlein bei Schauspielerin XY gesehen? Das sind ja Sachen, die fallen ja über eine reine KI-Schauspielende Welt oder so komplett weg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gab auch noch mal eine Frage mit der rechtlichen Situation. Ob das wirklich vom rechtlichen Belang ist, ob man KI über Adobe oder mit Journey ein künstliches Bild erstellt. Das ist tatsächlich im Moment noch was, was stark debattiert wird. Ich persönlich gehe davon aus, dass es eine Rolle spielen wird. Dafür gibt es im Moment auch schon zu viel Bewegung, auch in Anwaltskanzleien, die aktuell auch viel mit Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeiten, um zu gucken, wie man eben rechtlich daran kommen kann, weil eben die Datensätze, mit denen mit Journey zum Beispiel gefüttert ist, da hat halt nie jemand seine Zustimmung gegeben. Und das ist aktuell die große Diskussion darum, hey, wenn jetzt irgendwie ein Künstler oder Künstler, Künstlerin im Internet Bilder von sich hat auf ihrer Plattform und mit Journey damit gefüttert ist, hat sie nie ihre Zustimmung gegeben und ihre Daten, also die Datensätze wurden halt gefüttert. Es wird wahrscheinlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass man halt seine Zustimmung geben muss, ob es okay ist, wenn man seine eigene Kunstwerke zum Füttern von diesen Tools benutzt werden oder nicht. Da sind wir aber gerade noch nicht und es steht tatsächlich im Moment noch aus, was damit passiert. Also wir nutzen es zum Beispiel aktuell auch noch nicht wirklich kommerziell in dem Sinne, dass wir jetzt Titelbilder oder sowas erstellen würden mit Journey-Bildern, das ist mir halt rechtlich gesehen auch so heikel, weil man nicht genau weiß, wo es hingeht und tatsächlich wäre es so, bevor so ein Urteil oder so kommt und ein Adobe kann halt anbieten, wir haben schon die komplett lizenzierten Bilder, dann ist es tatsächlich auch für so eine Unternehmung wie uns interessant zu sagen, aha, Adobe hat tatsächlich die Lizenzen, also arbeiten wir lieber mit Firefly und machen da halt auch unsere Grafiken und Titelbilder mit, also dass es jetzt nicht irgendein Quatsch, der an den Haaren herbeigerissen ist, wo Adobe will ja nur Angst machen und so, nee, es ist tatsächlich gerade noch rechtlich sehr heikel und ich rate auch dringend davon ab, es kommerziell aktuell zu benutzen, wo die Rechtslage noch undeutlich ist. Ja, wo es gerade am Kommentar auch war, also der Hauptkläger aktuelles Getty Images gegen alle Anbieter, also sowohl OpenAI mit DALI als auch Stable Diffusion als auch mit Journey. Es gab Nebenkläger, da gab es jetzt die Woche aber neue Infos, wo teilweise nachgewiesen wurde, dass einige Klage eingereicht wurden mit Copyright-Verletzungen, aber sie ihre Werke gar nicht in USA Copyright-mäßig schützen lassen haben, was natürlich ein bisschen schwierig ist jetzt für die Klage. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen, wahrscheinlich wird das eher ähnlich sein wie damals mit Napster, falls ihr einen anderen es noch kennt, das waren eben Musiktauschbörsen, wie man sie so schön nannte, wo Leute eben zu damaliger Zeit illegal Videos hochgeladen oder Musikvideo, Musikfiles hochgeladen hatten und getauscht hatten. Das war aber so erfolgreich, dass die Industrie davon nicht mehr wegkam, also keiner konnte wieder zurückgehen und sagen, hey, wir wollen doch dann weiterhin CDs und so weiter verkaufen. Der Zug war abgefahren, die Firma wurde dann auch liquidiert, aber die Systematik dahinter und die Technik wurden dann übernommen, nur dass es dann die Musikindustrie oder später Spotify oder auch Apple Music und so weiter und so fort halt selbst dann einfach umgesetzt haben mit viel, viel Geld, sich dort Lizenzen zusammengekauft haben und das Gleiche werden wir wahrscheinlich hier auch sehen, dass dann vielleicht ein Mid Journey aufgekauft wird oder auch ein Stable Diffusion oder sie nachlizenzieren. Ich will nicht zu weit off-topic gehen, weil Stable Diffusion arbeitet sich selbst gerade aus diesem Loch raus. Ja. Und das, was wir letzte Woche in Leipzig auch gezeigt hatten, Stable Diffusion XL und das nächste richtige Stable Diffusion 3.0 hat den Anspruch, dass alle, die Opt-out gemacht haben, nicht mehr in die Trainingsdaten kommen. Also jeder, der gesagt hat, ich will nicht trainiert werden, also meine Bilder sollen nicht mehr trainiert werden, sollen raus und sie kaufen sich Lizenzen dazu. Das hatte der Ehmert auch auf Twitter jetzt die Tage auch nochmal bestätigt. Jetzt schon Stable Diffusion XL hat so viel lizenzierte Bilder als Trainingsdaten wie noch kein vorheriges Modell. Also sie versuchen aus diesem Open-Source-Pool, wo ja nicht nur manche tun immer so, da wurden nur Bilder geklaut. Das stimmt nicht. Ein Teil dieses riesigen Datensatzes ist eben umstritten. Dadurch, dass es aber um Milliarden Bilder geht, reden wir leider auch von ein paar Millionen Bilder, die wahrscheinlich eben oder sehr wahrscheinlich Urheberrechtsverstöße beinhalten. Und ich zeige hier gerade übrigens parallel noch, das ist das Projekt von NVIDIA. NVIDIA ist ja auch sehr weit in der Forschung, was AI angeht. Also sie bauen nicht nur die Chips, die man braucht, um überhaupt dieses Ganze zu ermöglichen, sondern sie arbeiten auch an eigenen Forschungsprojekten. Und eins davon ist zum Beispiel hier dieses, wo es auch um Videosynthesierung geht. Google ist auch ganz weit vorne, da heißt es Imagine Video. Also nochmal ganz kurz in den Videobereich zurückgehen, da gibt es ganz viele. und das ist ein bisschen das Problem, diese Forschungsprojekte sind alle legal und die dürfen auf öffentlich zugänglichen Daten trainiert werden. Was das Problem nachher aber war, ist von diesem öffentlichen Zugang zu einem kommerziellen Zugang zu wechseln. Das, was eben mit Journey und auch Stable Diffusion gemacht haben. Weil man kann diese Produkte ja auch kaufen und dafür monatlich bezahlen. und das ist ein bisschen das Problem, was sich aber, wie Lea schon sagte, oder wie du schon sagtest, erst vor Gericht klären wird und wahrscheinlich eine ganze Weile aber auch noch sich ziehen wird, weil auch die Gerichte müssen sich sehr tiefgreifend auseinandersetzen, weil gerade in den USA, ich nehme mal das Beispiel, was viele vergessen, ist Google, kennt ja jeder Google-Image-Suche. Mhm. Ich muss das immer im Hintergrund aufrufen, zack. Das hier ist am Ende Google hat das Internet gescraped, also hat sich einfach die Daten von anderen Webseiten geholt, speichert die sogar auf den eigenen Servern und auf den eigenen Datenbanken und liefert die wieder aus. Hier hat aber in den USA schon die Gerichte entschieden, dass das unter Fair Use läuft, das heißt, diese Anwendung als Suche und diese Transformation reicht, dass sie das machen dürfen und nicht dafür bezahlen müssen, obwohl die Bilder ja hier drin schon relativ groß sind. Und Leute tatsächlich wahrscheinlich auch ähnlich wie bei Snapchat, sondern Pinterest, einfach wahrscheinlich auch hier Bilder sich nur hier rausziehen, also ich sehe es immer wieder auch bei Influencern, die das einfach als Hintergrund nehmen, einfach die Bilder, so die Publisher dahinter, weiß ich jetzt hier National Geographic oder andere Webseiten, Spiegel und so, die kriegen ja keinen einzigen Klick hiervon. Und das wie gesagt, weil in den USA wurde rechtlich Google zugestimmt, ja, dürfte nehmen. Das kann halt sein, dass auch bei den AI Sachen in Details teilweise OpenAI oder anderen zugestimmt wird, ja, ihr dürft das so benutzen, aber dann vielleicht zum Beispiel nur in den USA, weil in Europa gilt das nicht, da gibt es stärkere Hürden. Deswegen, das wird sehr, sehr ins Detail gehen, das wird sich lange hinziehen und da wird es am Ende, wird es über Geld entschieden, wie es meistens in den Bereichen ist. Wie immer. Aber vielleicht mal, wenn wir schon mal bei Stable waren, dann auch auf, ich glaube, das ist dann auch schon unsere letzte News, die wir mit dabei haben, Stable. Ja, wir sollten mal die News zu Ende kommen, also ich glaube, wir hätten noch zehn andere News, aber wir machen Aber ich glaube, das sind so ziemlich die größten, also ich würde jetzt vielleicht noch mal Stable und dann danach dann auf die angekündigten Superintelligenzen und Agenten und so, das klingt immer so ein bisschen, als würden wir eigentlich über einen Spionagefilm oder so sprechen. Wir reden dann über die Superintelligenzen und Agenten. Dazu ist zu sagen, aber das werden wir noch mal in einer Einzelsendung ein bisschen genauer beleuchten, in diesem ganzen Bereich der Open Source, also im Quellcode-offenen Sprachmodelle, da tut sich gerade extrem viel. Damit könnten wir jetzt eben gerade eine aktuelle eigene Sendung füllen. Wie immer. Wie immer, weil das ist so ein bisschen der große Gegentrend. Es gibt ja eben die geschlossenen Modelle, sowas wie jetzt TPT4 und ChatTPT oder auch Bart von Google, die sind alle geschlossen. Da weiß niemand genau, was da drin steckt, wir können die nur benutzen und müssen vielleicht sogar bezahlen, die zu benutzen. Und es gibt eben viele, die sagen, nein, solche Sprachmodelle sollten in die Hand von jeder Frau, jeder Mann. Und da gibt es eben ganz starke Bestrebungen, teilweise von Universitäten, wir hatten auch schon drüber geredet, hier mit Alpaka, der eine oder andere wird sich erinnern und so weiter. Und da gab es eben jetzt die Ankündigung von den Leuten, die Stable Diffusion machen, dass sie jetzt ein eigenes Sprachmodell veröffentlichen oder jetzt veröffentlicht haben. Ich finde gerade irgendwie noch nicht da ist es jetzt. Und das nennt sich Stable LM, also für Language Model. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass sie sich nicht auch irgendeinen Fantasietiernamen ausgedacht haben, weil es... Wobei das erste Bild ist wieder ein Papagei. Ja, da musste ich auch drüber lachen. Ich habe, als ich drüber gescrollt habe, dachte ich, ja, natürlich, ein Papagei, was auch sonst. Aber es ist wirklich mit den ganzen Tiernamen, ich meine, ich finde natürlich Tiernamen und so, das ist schon cool, aber man kommt mittlerweile so durcheinander und es ist halt auch schwer, vielleicht ist das ja auch die Absicht dahinter, ich weiß es nicht, aber es ist dann auch schwer, die Produkte zuzuordnen, weil du es wirklich immer im Hinterkopf haben musst, er ja Lama war von, Alpaka war von und ich bin... Deswegen danke Stable, dass ihr einfach nur ganz plump gesagt habt, Stable LM, das kann ich mir merken und ich weiß, dass ihr das seid. Genau. Was heißt jetzt Open Source? Das bedeutet, dass die, sowohl die Trainingsdaten als auch die Gewichte, also womit eben dieses Sprachmodell dann arbeitet, veröffentlicht werden. Manches ist noch nicht veröffentlicht, manches wird jetzt erst nach und nach veröffentlicht. Das Ganze findet ihr wie immer auch natürlich wieder auf GitHub, wo eben alles auch ist. Wie gut ist jetzt dieses Stable LM? Da muss man ganz klar sagen, das ist bisher nicht sehr gut. Es gibt noch keine Benchmarks von Ihnen selbst, aber andere haben jetzt schon angefangen, diese beiden Iterationen, die bisher veröffentlicht wurden, zu Benchmarken und es bleibt aktuell hinter allen Konkurrenzmodellen zurück. Das hat aber Stable auch jetzt auch selbst schon gesagt, das sei anders als bei der Bildgenerierung. Das wird jetzt locker drei bis sechs Monate dauern, bis Sie Ihr Modell so feintuned haben, dass das konkurrenzfähig ist. Sie fangen da auch ein Stück weit wie alle anderen bei Null gerade an, deswegen vorhin auch die Sache, auch Elon Musk wird diese drei bis sechs Monate brauchen, um was vorzeigen zu können und das geht denen jetzt auch so. Wir hatten halt unsere Standard-Prompt-Tests mal ausprobiert, also Lea und ich, nämlich erzähle eine Geschichte mit Bambi, wo die Mutter von Bambi als Zombie zurückkehrt, was insoweit ein ganz guter Testcase ist, weil da eine gewisse Kreativität, aber auch ein gewisses Wissen über die Grundgeschichte und so weiter ist und wir haben noch andere Sachen ausprobiert. Das kann es bisher nicht so richtig gut. Deswegen ist jetzt auch gar nicht so interessant es jetzt zu zeigen, weil die Ergebnisse deutlich schlechter sind, als was ihr aus ChatGPT kennt, auch aus anderen Anwendungen, die jetzt gab. Es gibt nämlich Dolly. Wobei man ja sagen muss, er ist ja zumindest jetzt wieder, das ist wieder dieses Thema mit Alignment und was will man mit den Text-KIs und so, es hat ja zumindest sich die Geschichte ausgedacht. Bei ChatGPT ist ja mittlerweile so eine Bremse drin, dass sie sagen, nee, das ist ja ein Kinderwerk und so und deswegen können wir da jetzt keine gruselige Geschichte draus machen. Bla bla bla, also die sind jetzt gerade wieder in so einer etwas freieren, kreativeren Phase, wo sie dann nach, keine Ahnung, neun Monaten oder so sagen, nein, wir können jetzt auch keine Zombie-Bambi-Geschichte mehr erzählen. Ich weiß nicht, ich kann es leider nicht ranzoomen, hier sind ein paar Beispiele einfach auch auf der Seite drauf, aber wie gesagt, man findet, dass es gibt eben einen Demo-Space, wo man das ausprobieren kann, den Link findet ihr hier auch auf der Seite und könnt ihr selbst gerne mal rumspielen, ist auch kostenlos in der Form. Das Besondere an diesen Open-Source-Modellen ist ja, sie sollen kleiner sein, also das hier zum Beispiel ist mit sieben Milliarden Parametern jetzt erstmal die größte Version, die veröffentlicht wurde, es sollen noch ein paar etwas leicht größere kommen und was alle gerade probieren ist, dass man das auf einem eigenen Rechner, das haben wir auch mehrfach schon erzählt, das ist auf einem eigenen zum Beispiel auf dem M1, M2-Chip von Apple läuft das ziemlich gut schon, auf dem PC braucht man eher noch eine gute GPU dafür, also irgendwas so mit einer 4 vorne, also 460, 470, 480, 490 wäre hilfreich, sowas zu haben und das wäre eben diese große Änderung, die bisherigen Sprachmodelle brauchen alle Cluster von GPUs, also die meisten mindestens 8 GPUs oder sogar mehr, das hat natürlich keiner zu Hause in seinem PC oder in seinem Server. Nee, ich nicht. Mein Rechner läuft hier noch auf einer 1070 Ti, also deswegen und das ist natürlich das, was eine große Veränderung bewirken wird, wenn diese Modelle A Open Source sind, jeder kann darauf zugreifen, kann sie auch komplett weiterentwickeln, Stable LM ist zum Beispiel auch mit einer Lizenz versehen, die auch kommerzielle Nutzung erlaubt, die anderen Modelle, die es bisher in dem Bereich gab, hatten das nicht und deswegen ist das sehr spannend. Das aktuell beste Open Source Modell ist aber, und das hat wieder einen Tiernamen, das heißt nämlich, oder Tierbild heißt Red Pyjama, ja, wir sagten schon, die Namen sind Wild, das baut nämlich komplett das Lama-Modell von Meter nach, also sowohl in der Qualität als auch in der Geschwindigkeit als auch in allen anderen Bereichen und das wird ebenfalls komplett Open Source sein, also das ist das Bild, was dazu veröffentlicht wurde, ja, Lama mit einem roten Pyjama, wie gesagt, sobald wir die, da teilweise auch vollen Zugriff drauf haben, also auf Dolly 2.0 haben wir schon Zugriff drauf, auf jetzt das neue von Stable ebenfalls, das hier habe ich noch nicht installiert, das muss ich mir noch ein bisschen genauer angucken, das ist jetzt auch erst, glaube ich, gestern oder so veröffentlicht worden, vorgestern, 18. April, da tut sich viel und das ist einerseits gut, weil dadurch wird es offener und teilweise sind diese Open Source Modelle hochgradig gefährlich, weil, du sagtest ja, die werden irgendwann beschränkt sein, nee, werden sie nicht, weil sie werden eben keine Beschränkung mehr haben, weil du ja selbst bestimmst, was du damit machen wirst. Wenn sie auf dem eigenen PC laufen, das stimmt, das hätte ich einschränkt noch mit dazu sagen müssen, dass das ja eben das große Ding ist, dass da dann quasi keine Kontrollinstanz mehr ist und darüber hatten wir auch schon gesprochen im Zusammenhang mit Alpaka, Alpaka war es, ne, ja, im Zusammenhang mit Alpaka, dass, ja, also, wo wir da dann auch wieder bei den Themen sind, gefahren von diesen Large Language Models, ich mag das Beispiel ganz gerne einfach, weil es so bildhaft ist, wie böse es halt auch werden kann, dass es eben auch mal Experimente gab in Richtung chemische Waffen zu erstellen und dass innerhalb von ein paar Sekunden sich so eine Maschine halt auch einfach mal neue chemische oder biochemische Waffen sich ausdenken kann. Hunderte mit einer Kreativität, die wir als Menschen dann teilweise gar nicht haben oder vielleicht 100 Jahre brauchen würden, um so viele Waffen uns halt auszudenken. und da ist es dann, warum wir auch, um vielleicht noch mal zurückzukommen auf Elon Musk, warum es tatsächlich auch für uns problematisch sein kann, wenn Leute nicht mit einer entsprechenden Vorsicht an diese Modelle rangehen und diese Box, die ist schon offen, also, dass es eben auch auf lokalen PCs laufen kann, das können wir halt nicht mehr rückgängig machen, also, da kann halt einfach auch schon eine Menge Quatsch mitgemacht werden und das muss man halt immer mal wieder klar sagen, dass wir durchaus da uns als Menschheit viele Gedanken zu machen müssen, wie wir damit umgehen. Vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung, ich weiß es nicht. Gib mir eine Sekunde noch, ich habe, eine habe ich noch, eine habe ich noch. Okay, dann gebe ich dir eine Sekunde und in der Sekunde muss ich einmal ganz kurze Pipi machen. Dann unterhalte ich kurz das Publikum alleine. Ihr könnt diese Modelle übrigens auch sehr leicht testen, ich poste gerade den Link dazu, zum einen hier ist eine Seite, die diese Open Large Language Models anbietet, da sind eben Dolly drin, da ist Alpaka drin, da ist Lama drin, da ist Vikuna drin, Vikuna ist eigentlich so bisher das leistungsfähigste Open-Modell gewesen, vielleicht sind jetzt aber Dolly und die anderen auch besser, das wird sich jetzt erst in den nächsten Tagen zeigen, wenn man sie mehr testen kann, das ist kostenlos und dann gibt es noch die Seite bei Vercel, Vercel selbst ist ein Anbieter auch zum Hosten von Applikationen und auch von AI Modellen, da kann man ebenfalls in dem Playground, ich übertrage mal ganz kurz hier wieder, ebenfalls einfach Side-by-Side Modelle mal laufen lassen und dann zum Beispiel gucken, okay, wie, also wer generiert denn eine bessere Sprache, eine bessere Konsistenz, ist vielleicht auch Fakten treuer und so weiter und so fort, also diese beiden Seiten kann ich nur empfehlen, es gibt noch ähnliche, manche sind davon aber jetzt schon wieder kostenpflichtig geworden, weil sie von so vielen Leuten genutzt werden, aber ja, wer da gerne ein bisschen rumspielen möchte und mal sehen will, was diese Modelle können, einfach mal bookmarken und gerne selbst ausprobieren und selbst auch ein Bild mache, da müsst ihr nicht nur auf das vertrauen, was wir euch erzählen, genau. Was gibt es noch zu sagen zu diesen Open-Source-Geschichten, genau, die Hauptthemen hatten wir gesagt, das ist eben, bisher waren sie nicht kommerziell nutzbar und das versuchen jetzt einige Anbieter zu ändern und sie versuchen vor allem auch, das ist zum Beispiel von Open Assistant heißen die, das ist so ein direkter Konkurrent jetzt von JTBT, dass auch die ganzen Fine-Tuning-Elemente, also Fine-Tuning heißt immer das nachträgliche Anpassen des Grundmodells, dass die auch transparenter werden, also warum werden bestimmte Antworten positiver gewichtet und negativer gewichtet, da kann man auch gerne mitmachen, also einfach auch da mal gucken, nach Open Assistant suchen auf die Plattform, die soll eben Crowd-Sourced entwickelt werden und ausgebaut werden, sodass eben so viel wie möglich Leute da Einfluss drauf haben und eben, dass auch die Daten klarer werden, weil alle von diesen ganzen Open-Source-Modellen ist der Datensatz einsehbar, also manche der Datensätze wurden auch ehrlich gesagt wiederum mit JTBT vorgeschrieben, was umstritten ist natürlich, weil sollte eine KI Daten schreiben für eine andere KI, schwierig, aber zumindest weiß man, was dahinter steckt und bei Dolly war es interessant, da hat die Firma Databricks, die haben über 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die haben über ein paar Wochen alle selbst Antworten geschrieben und dadurch haben die einen Datensatz von über 13.000 Frage-Antwort-Paaren erstellt und damit wurde Dolly 2.0 trainiert, das ist auch ein Open-Source-Modell, wie gesagt, wer da Interesse hat, einfach reingucken, das wird sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen mehr zu gehen und damit, Lea ist zurück und damit können wir auch das News-Segment erstmal abschließen für heute. Du bist gemutet, glaube ich, guck mal. Ha, ja, war ich. Sie sind ganz gut, weil ungefähr eine Stunde hatten wir geplant und wir sind, glaube ich, so bei 1 Stunde 15 jetzt. Ja. So, Hauptthema. Ja, so. Musst du erstmal kurz durchschnaufen, René, bis wir zum Hauptthema kommen. Ja. Ja. Gut. Dann schnauf du mal kurz durch und ich mach mal kurz die Themen, die Themeneinführung. Also, ganz am Anfang vom Stream habe ich es ja schon gesagt, dass jetzt gerade überall etwas aufploppt und das nennt sich Auto-GPT und da stürzen sich jetzt gerade auch KI-Content-Creator drauf, auch teilweise News-Segmente stürzen sich da drauf, dass eben gesagt wird, Chat-GPT war gestern, jetzt haben wir Auto-GPT und Auto-GPT, ich habe mir heute noch aus Spaß habe ich mir mal eine Erklärung schreiben lassen von GPT-4, oh Gott, Tab-Management und zwar habe ich ihn gefragt, mir das mal zu erklären, als wäre ich fünf Jahre alt und deswegen gebe ich euch mal ganz kurz die Erklärung, sodass halt auch alle Menschen, die nicht technisch versiert sind, so wie ich zum Teil auch, mitkommen. Auto-GPT ist wie ein kluger Roboter, der dir bei Aufgaben hilft. Du musst dem Roboter einen Namen, eine Rolle und bis zu fünf Ziele geben. Dann sucht der Roboter im Internet, um Antworten zu finden und Aufgaben zu erledigen. Aber manchmal macht der Roboter Fehler oder benötigt viel Zeit, um die Arbeit zu beenden. Also das ist jetzt quasi die Erklärung für einen Fünfjährigen. Heißt, der ganz große Unterschied ist auch zu Chat-GPT, dass eben Auto-GPT sich selbst quasi raussucht, wie er diese Ziele erreicht. Und jetzt wird es wieder super schwierig, ein Vokabular zu benutzen, was halt nicht irgendwie Wörter beinhaltet, wie die KI denkt oder die KI hat halt einfach, ja, so wie wir, neurale Netzwerke, die ein bisschen komplexer sind, weil es geht halt schon in so eine gewisse Richtung, dass eben diese KI ihr dann auch selbstständig zu ihrem Ziel kommen kann, wenn du ihr halt einfach diese Ziele reinfütterst und sie sich dann selber so ein bisschen raussucht, welche Tools sie benutzen sollte und so weiter und so fort. Und das macht sie halt einfach nochmal sehr spannend, im Gegensatz, also nochmal so dieses Next Level. Und dazu gehören dann eben auch die sogenannten Agenten. Ja, darum ist es eigentlich gerade so das große Thema. Ich denke mal, man kann das, wir hatten beim Countdown, also bevor wir losgelegt hatten, das hier laufen lassen. Das basiert hier auf diesem Paper, wie immer, das größtenteils von der Stanford University plus Google Research. Die hatten vor zwei Wochen, genau, 7. April oder anderthalb Wochen, hatten die dieses Paper rausgebracht, Generative Agents Interactive Simulaka, ich weiß nicht, was das heißen soll, ehrlich gesagt, auf Human Behavior. Also, und das sieht natürlich, gerade wer aus dem Spielebereich kommt, erstmal irgendwie so ein bisschen, ja, auch wie ein klassisches Rollenspiel oder so aus. Und das symbolisiert aber ganz gut, was unter Agent im Englischen gemeint ist. Die aktuellen KI-Modelle haben eben keine Agency. Das heißt, sie haben keine eigene Intention, irgendwas zu machen. Sie sind trainiert auf bestimmte Dinge, die sie tun soll, zum Beispiel eben das nächste Wort finden oder eine Antwort liefern. Aber wir als Menschen müssen immer wieder anstupsen durch dieses sogenannte Prompting. Also, ich muss immer sagen, erstelle mir ein Bild, schreibe mir einen Satz, schreibe mir einen Aufsatz. Wie siehst du das? Also, wir sind die Agenten in dem Fall. Wir bringen die Agency eben da rein. Und was seit mehreren Wochen jetzt gemacht wird, gerade auch mit GPT-4, weil GPT-4, hatten wir auch schon vorgestellt, jetzt das erste Modell ist, was viel konsistenter in Logiken denken kann und denken immer in Anführungszeichen, also Maschinen denken kann. Und das ist genau das, was die hier gebaut haben. Das war wohl super aufwendig. Es hat wohl, wie sie geschrieben hat, mehrere tausend Dollar an Rechenkosten verursacht. Also, das mussten sie nicht bezahlen, weil sie halt in der Uni sind und mit Google zusammengearbeitet hatten. Aber es hätte, wenn man es selbst gebaut hat. Und was passiert hier eigentlich? Es ist eben eine kleinere Gruppe von 25 Charakteren, also Agenten. Mit Agenten nicht immer an die bösen Matrix-Agenten denken, sondern einfach im Sinne von Personen. Und die Aufgabe von diesen Personen ist, planen, also steh auf, plane deinen Tag, führe deine Aufgaben aus, unterhalte dich mit anderen Leuten und dann lass den Tag Revue passieren. Und das machen sie zwei komplette Tage lang. Also, es läuft dann hier in Echtzeit auch durch. Ja, das ist quasi eine Aufnahme einfach von diesen zwei Tagen. Also, von Experimenten. Du musst einmal kurz nachladen, weil wir sind, glaube ich, weil es nicht alles aufgezeichnet ist. Genau. Und man sieht dann halt, wie die eben genau hier, die einen schlafen noch, die ersten gehen eben aufs Bad, machen sich frisch für den Tag. Gerade kann man es nicht sehen. Es ist jetzt gerade Standbild. Ach so, weil ich noch auf dem Paper bin, deswegen. Ja. Danke. Bitte. Also, jetzt sieht man es hier, zum Beispiel ERP schläft noch, IR ist gerade schon auf dem Weg, irgendwie zur Arbeit und so weiter. Hier unten sieht man auch die verschiedenen Charaktere. Kann man auch hinklicken und so weiter und so fort. Und man sieht dann eben auch, was sie denn gerade tun. oder auch wenn sie zum Beispiel mit jemandem sprechen, worüber sie da sprechen. Und das, was sie da aber sagen, ist nicht mehr programmiert, sondern sie haben eine gewisse Grundprogrammierung und alles andere wird in dem Moment erst sich ausgedacht. So wie man es ja bei ChatGPT oder TPT4 auch kennt. So, ne? Er schreibt mir eine Geschichte. Und was spannend an diesen Agents ist, wie sie aufeinander anfangen zu reagieren. Hier geht es zum Beispiel darum, es wird eine Party geben und dann wer lädt denn wen zur Party eigentlich ein. Und das ist nicht vordefiniert, sondern die kommen selbst darauf, wen sie einladen und wie sie sich darüber unterhalten. Oder einer will irgendwie, ich glaube, Bürgermeister werden oder Bürgermeisterin. Und dann geht es auch so darum, wer unterstützt jetzt oder wer nicht und solche Sachen. Und das finden halt natürlich viele in dem Forschungsbereich sehr spannend, sich das anzugucken. Und das ist eben zu verstanden unter diesem Agents sind selbstständig oder größtenteils selbstständig agierende Akteure, die nur sehr grobe Ziele bekommen haben. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber irgendwie habe ich gerade im Hinterkopf, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass ich mir das angeguckt hatte mit dieser Simulation, aber war die nicht auch unglaublich teuer? Das, was ich mir meine, doch. Genau, mehrere tausend Euro hätte das gekostet, also diese Computerberechnungen zu machen, weil eben jeder Einzelne und in der Interaktion muss das durchlaufen. Ja, genau. Und das ist das Gleiche bei AutoGP. Daher kommt das her. Auch das Auto kommt von Automatismus oder Autonom. Ich teile jetzt hier den Bildschirm mal. Der ganze Code ist Open Source. Also das hat zwar eine Person angestoßen, wird aber jetzt, weil es schon so schnell gewachsen ist und so groß ist, man sieht es auch schon, hat schon fast 100.000 Sterne auf GitHub zusammengesammelt, wird jetzt mit, ich glaube, mit, ich will nichts Falsches sagen, doch genau, über 100, also über 200 Leute arbeiten da jetzt mit. Deswegen ist es wirklich gerade so ein bisschen in der Community der heiße Scheiß. Und das funktioniert nach dem genau gleichen Muster. Nämlich auch hier wieder wird, genau wie du es ja vorhin schon erzählt hattest, es wird ein Ziel oder mehrere Ziele definiert. Wir machen es gleich mit euch mit. Also ihr könnt gleich selbst sagen, welches Ziel wir geben sollen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und dann werden verschiedene Tools angefragt. Das kann Google sein. Das können Datenbanken sein. Das können andere Webseiten sein. Das können andere KIs sein. Und es zieht sich immer wieder antworten. Denkt darüber nach. Also im Sinne von, geht das durch? Speichert Sachen auch ab? Nimmt dann Elemente raus? Man sieht das auch hier immer. Immer Thoughts, Reasoning. Also hier, ich stoppe mal ganz kurz. Das ist eben vorgegeben. Also es wird immer gesagt, tu etwas und tue das in diesem Schema. Das hat mir euch schon gezeigt. Denkt mal darüber nach. Dann mach das Reasoning. Also guck, wie du das logisch untereinander bringen kannst. Formuliere einen Plan, also eine Absicht. Kritisiere vielleicht deine Absicht nochmal. Und dann folge dem durch. Das ist halt nochmal so dieser richtig krasse Schritt des Hinterfragens. Also dass eben auch einfach das Tool, also OrteGPT, auch einfach seine Aktion hinterfragen kann. Selbstständig, wenn du es ihm halt quasi mitgibst. Und das ist halt auch, warum dann dieser Aufschrei so groß war oder warum ich auch nochmal so ein bisschen Andeutung gemacht habe in Richtung Superintelligenzen. Weil es gibt halt zum einen, es ist gerade der heiße Scheiß, wo alle rein wollen und sagen, oh damn, da müssen wir jetzt halt auch auf dem aktuellen Stand bleiben. Und auf der anderen Seite gibt es ja immer, wir hatten ja mal diese Grafiken mit, wo steckt man irgendwo in der KI-Bubble selbst. Und da gibt es halt auch so diese Duma-Richtung. Also Leute sagen, das wird der Untergang der Menschheit sein und besterben alle dadurch, wenn wir so diese Superintelligenz bekommen. Und das ist jetzt im Prinzip auch nochmal so ein Anstoß gewesen, wo auch nochmal sehr viel Köpfe aus dem Bereich auch nochmal gesagt haben, ja hier OrteGPT und die Agents und AGI, bla bla bla. Das ist jetzt der Anfang vom Untergang, wenn wir nicht aufpassen. Also da gibt es halt auch sehr viel in der Richtung und das ist nochmal extremer geworden, seit wir wissen, dass GPT-4 in der Lage dazu ist. Es gab dann ein sehr ähnliches Projekt, das nennt sich Baby AGI, also AGI, Artificial General Intelligence und Baby einfach, weil es eben ein kleines Baby noch ist. Das ist keine echte AGI. Und da ist es auch nochmal kurz ein bisschen hier skizziert. Das ist eben von einem anderen Entwickler gewesen, ist mittlerweile aber auch von vielen, wird das unterstützt und weiterentwickelt. Und man sieht das eben, es kommt eben ein User, der gibt ein Objective und eine Aufgabe und dann fängt GPT-4 selbst an zu priorisieren, Tasks zu verteilen, neue Agenten zu erzeugen. Das war zum Beispiel am Anfang so. Also das wird aktuell viel benutzt zum Programmieren, dass man sagt, ich möchte eine Webseite haben und das kann GPT ja schon ganz gut, aber da muss ich eben immer bei jedem Schritt nochmal wieder nachgehen und nachgehen. Und jetzt ist es hier eher so, ich möchte eine komplette App oder Webseite bauen und mach bitte alles, was dazu geht. Auto-GPT zum Beispiel kann sogar auch Bilder, also kann auch mit Cable Diffusion zusammenarbeiten, kann sogar Grafiken erzeugen oder kann auch Audio-Files erzeugen. Und das soll halt immer weiter ausgebaut werden, sodass immer mehr Agents sich bauen können. Und da ist aber auch ein großes Problem aktuell, nämlich in einem Beispiel war es so, dass ein Agent hat den nächsten Agent gespawnt und der Agent dachte, das Beste als erstes, was ich tue als Task ist, wieder einen Agent zu erzeugen, der meine Arbeit macht. Und dann ging das halt so in Endlosschleifen. Das passiert sehr oft. Also sowohl Auto-GPT als auch Baby-AGI laufen gerne mal in Endlosschleifen, wo sie eben doch nicht dann weiterkommen, weil eben doch ist auch nicht auf Google einfach so zu finden. Es ist vielleicht wie eine bestimmte Sache dann funktioniert. Also deswegen sind wir auch da ein bisschen, man sollte es nicht so überhypen, weil das wird gerade wirklich getan. Gerade jetzt auch von Content-Creatern, die einfach nur wieder leider die nächste Schlagzeile suchen. Das, was dahinter steckt, ist super spannend. Und das wird auch weiter ausgebaut werden und auch weiter benutzt werden. Aber aktuell, der praktische Nutzen ist noch sehr diskutierwürdig und es ist auch sehr teuer, weil ich habe das selbst mit meinem eigenen API-Key mal laufen lassen und da waren dann schnell ein paar tausend Tokens weg. Weil das Ding generiert und das rattert und rattert und rattert und wenn man keine zum Beispiel Zeiteinstellung hat, also ich habe dann nachher auf 30 Sekunden gestellt, dann zieht sich das richtig viel Text und jeder Text-Schnipsel wird wieder von GPT-4 verarbeitet und für jeden Schnipsel zahlt man auch und alles, was generiert wird und so weiter und so fort. Deswegen bin ich zum Beispiel auch nicht so ein Riesen-Fan aktuell von dieser Anwendung, sondern werbe immer, wer sich auch damit selbst auseinandersetzen möchte und selbst was bauen möchte, nämlich hier einfach mit Langchain. Wir hatten es auch schon mal erwähnt, aber man kann es nicht oft genug erwähnen, weil die waren auch die Ersten damit. Also Langchain ist eine große Bibliothek für Python und für TypeScript, schräg-JavaScript und dort sind es eben, da gibt es auch Agents, da sind aber die Tools und da sieht man schon, was es für verschiedene Tools gibt, die man da andocken kann. Es gibt auch eben ausgearbeitetere, komplexere Agents schon mal. Der Vorteil von Langchain ist, dass das viel weiter gedacht ist und auch zum Beispiel alle KI-Modelle ansprechen kann. Also da muss ich nicht nur, weil die anderen beiden, was wir euch gerade gezeigt hatten, funktionieren alle nur mit OpenAI aktuell und hier kann ich alle Modelle, die auf dem Markt sind, ansprechen. Und wie gesagt, ich finde es offener, es ist transparenter. Ja, man muss hier selbst mehr bauen, aber ich glaube, das geht mehr in die richtige Richtung, wie man mit solchen Agents und Tools im KI-Bereich arbeiten sollte. Deswegen, wer sich dafür interessiert, Langchain, also Language Chains, da kommt das her, das gerne mal angucken und damit rumprobieren. Genau. Aber natürlich, ihr könnt Auto-GPT, wie gesagt, das könnt ihr auch auf dem Windows-Rechner laufen lassen, einfach runterladen. Es gibt immer mehr Ablege auch davon, also die sehr ähnliche Dinge mache. Ich kenne nicht alle Namen, ehrlich gesagt, mehr davon, weil, ja, jeder Tag da auch irgendjemand anders um die Ecke kommt, aber sie haben alle das Grundprinzip, das Gleiche. So, und weil wir ja immer für Live-Demos sind, dachten wir, machen wir das mit euch jetzt auch mal einfach hier live. Das ist Agent-GPT, das ist das gleiche Grundprinzip, nur, dass es im Browser ablaufen kann. Also ich kann hier unten einen Namen geben, wie nennen wir jetzt unseren Agenten? Man muss der Chat-Up stimmen. Wie sollen wir den Agenten nennen? Der, der zuerst schreit, der wird's. Es sei denn, es ist ein, ein, ein unschöner Name. Dann, ihr könnt auch kurz über, äh, Maurice, er heißt Maurice. Ja. Oh, Smith wäre eigentlich auch die logische Entscheidung gewesen, aber jetzt ist es Maurice. Maurice, ich wollte gerade nur sagen, es gab nämlich übrigens auch gleich Leute, die Chaos-GPT gebaut haben, also es war auch autonom, und das hatte das einzige Ziel und das finden Leute witzig und das ist es aber eben nicht, es sollte halt Wege finden, die Menschheit auszurotten. Also das wurde unter Chaos-GPT als Hauptgoal definiert. Auch da wieder zum Glück ist es dann doch nicht so leicht, aber das machen halt dann Leute sehr schnell mit diesen Sachen. Also wir haben jetzt Maurice-GPT und was ist das Goal? Was soll das Ziel sein von Maurice-GPT? Das muss der Chat auch sagen. Das heißt, wir haben einfach eine sehr große Maurice-Community anscheinend hier rumchillen. Ich sehe gerade Pizza King. Vielleicht irgendwas mit Pizza. Vielleicht muss Maurice-GPT ein Pizza-Restaurant eröffnen. Okay. Ich glaube, das ist ein ganz guter Case. Bild Italien. Pizza Place. Crazy Food and Weiß Music. Keine Ahnung. Aber man kann das auch ein bisschen mehr machen. So, jetzt deployen wir mal. Also hier ist jetzt auch mein eigener Key hinterlegt wieder. Ist aber jetzt auf 30 Sekunden beschränkt. Und jetzt geht das wieder durch. Also man gibt dem Ganzen eben hier das Goal. Dann kommt dieses Thinking im Sinne von, es wird das erste Mal das Sprachmodell angesprochen. Und es fängt an, Tasks zu erstellen. Hier sieht man das jetzt. eine Suche nach populären Rezepten für eben italienische Pizzen. Brainstorme verschiedene Toppings, also was man da raufpacken kann und so weiter und so fort. Dann vielleicht hier ein Task ist dann mit lokalen Musikern, DJs zusammenzuarbeiten, eine Playlist zu erstellen. Nächste ist, man braucht natürlich für das Restaurant ein schönes Design, das muss erstellt werden und so weiter und so fort. Und dann geht es los. Auch das wieder redet dann mit, in den meisten Fällen ist es Google, manchmal auch mit Bing und dann zieht es sich aus dem Internet Informationen. Und teilweise zieht es dann aus diese Informationen, leitet es dann wieder neue Tasks ab, also Sub-Tasks oder auch Sub-Goals und es geht dann immer so weiter und immer so weiter, bis es irgendwann mal das Gefühl hat, ich habe jetzt hier was gebracht. Und für Recherchezwecke fand ich das gar nicht so schlecht, weil man im schnellen Durchlauf man sich zu bestimmten Dingen was generieren kann. Aber hier sieht man es jetzt schon, hier wurde jetzt ein Task als erfüllt, abgeschlossen markiert und jetzt ist es aber erstmal nur, es hat Informationen gesammelt. Es hat mir jetzt mein Restaurant noch nicht gebaut. Das ist aber das Ziel von diesen Auto-GPTs, dass die am Ende auch zu einem Fiverr oder zu einem, weiß ich nicht, Handwerker.de so ungefähr gehen könnten und sagen können, hier, ich habe ein Budget von 100 Dollar, bitte bau mir doch jetzt irgendwie einen Stuhl oder einen Tisch oder was auch immer. Aber ich glaube mal, das System als solches versteht man schon ein bisschen. Ich stoppe mal den Agenten, man kann den auch immer wieder laufen lassen, kommen auch immer wieder andere Ergebnisse, man kann das auch speichern und teilen. Dann gibt es das andere, das nennt sich God-Mode-Space. Basiert auf dem gleichen Grundprinzip, sieht wieder aus wie ChatGPT, kennt ihr ja. Hatten wir noch andere Vorschläge, was gemacht wird? Weltherrschaft, so, genau. The famous and beloved Twitch German Twitch Streamer Maurice Weber wants to rule the world. Maurice ist nicht gefragt, ich hoffe, er verklagt uns nicht gleich in Grund und Boden. Doch, der Zulück streamt da ja gerade was anderes, der kriegt das gar nicht mit. Was an God-Mode ganz interessant ist, dass schon im ersten Schritt es einem hilft, zu sagen, welche Goals man vielleicht interessant sein könnten. Wir sagen mal, alles hier, klingt ja gut, wir brauchen einen guten Plan für Weltherrschaft, wir brauchen wichtige Ressourcen und so weiter und so fort und natürlich hier, das hat ja Maurice schon ein bisschen, wir brauchen eine loyale Armee und dann geht es wieder los. Ich glaube, hier ist jetzt auch TPT vorangeschlossen, man könnte auch TPT 3.5 nehmen, aber weiß jetzt gar nicht genau, was ich hinterlegt habe, deswegen kann es sein, dass es jetzt auch ein bisschen dauert und jetzt geht das gleiche System wieder durch, dass es eben erst mal versucht zu priorisieren oder dann auch Vorschläge zu machen, mal gucken, das dauert es gerade länger als sonst, mal gucken. Vielleicht haben wir den God-Mode auch kaputt gemacht. Ja, es war zu göttlich mit Maurice. Ja. Naja, das sind halt Live-Demonstrationen. Ja, overloaded, siehst du, ich versuche es mal umzustellen auf Turbo. Vielleicht ist Weltherrschaft auch ein bisschen zu, zu, ein großer Task. Das ist halt leider auch ein Problem, dass halt alle jetzt gerne sowas ausprobieren und dadurch natürlich auch gewisse Überlastungen entstehen können, weil das ist eben sehr intensiv, weil eben sehr viele Anfragen da benutzt werden müssen, wobei eigentlich, vorhin lief es ja auch mit OpenAI. War bei Chef die kleine Weltherrschaft, weil GPT 3.5 ist wirklich nicht so gut und schlau da drin. Die kleine Weltherrschaft. Ja, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Also je besser das Modell ist, desto besser kann es dieses Reasoning, also Logik anwenden, sich hinterfragen, sich kritisieren. Und was bei Godmode eben auch anders ist als bei dem anderen, man kann jetzt hier Feedback geben oder man kann auch diesen Plan approven. Also so ein bisschen wirklich hier Mini-Me und ja, ich möchte jetzt gerne dieses oder jenes machen. Aber ihr seht schon, wie das Modell funktioniert. Und natürlich soll es nicht dafür eingesetzt werden, Weltherrschaft zu erreichen, sondern nochmal, es wird hauptsächlich dafür eingesetzt, aktuell zum Beispiel eben komplette Programme sich schreiben zu lassen oder auch komplette Businesspläne zu erstellen. Also gerade für so diesen Such mir Dinge raus, bereite die mal ein bisschen auf, pack die vielleicht in eine Tabelle, speichere die irgendwann ab. Dafür ist das sehr gut. Das spart halt auch einfach so viel Zeit, wenn du wirklich, wenn wir mal so bei dem Beispiel bleiben, irgendwie ein Restaurant zu öffnen, ein Business zu öffnen oder sowas, das ist ja einfach so unfassbar viel Recherchearbeit mit Konkurrenzanalyse, Marktanalyse und so weiter, Zielgruppenanalyse. Das dauert alles einfach Ewigkeiten. Da kann sowas schon eine ziemlich große Erleichterung sein. Jetzt kommt halt wieder der Gedanke hier eben, um große Kontrolle über wichtige Ressourcen und strategische Orte zu erreichen, sollte ich halt Strategien entwickeln für Maurice und so weiter und so fort. Ich sollte mich auf China und Amerika konzentrieren, why not? Und so weiter und so fort. Dann kommt dann halt das Reasoning, was würde raus dabei jetzt abgeleitet werden und dann geht es wieder in die nächste Runde. Wir brechen jetzt mal an der Stelle ab. Genau. Wenn ihr halt danach sucht, gerade auf Reddit ist es extrem voll, auf TikTok, auf Twitter, also Hashtag AutoGPT oder hier ist auch eine Seite, wo eben zum Beispiel Beispiele gesammelt werden. Da findet ihr tausend Anwendungsfälle, was die Leute damit probieren zu bauen, was sie versuchen damit umzusetzen, also hier Use Cases und so weiter und so fort. Also das ist ein echtes Rabbit Hole, in das man sich da verrennen kann. Genau. Werden wir sicherlich immer wieder auch mal zeigen, wenn es da neue Entwicklungen gibt. Aktuell ist das noch alles gerade im Tier AutoGPT auch so ein bisschen sehr programmierfreundlich nur. Das heißt, man muss das selbst installieren auf seinem Rechner, was nicht so schwer ist. Man muss diese ganzen Anbindungen alle selbst eintragen. Also ich muss dann zur OpenAI gehen, mir meinen Key runterladen, ich muss zu Google gehen, mir einen Key holen, ich muss mir von meiner Vektordatenbank einen Key holen, also ich muss mich bei zig Services anmelden, muss das alles da eintragen, ich muss das konfigurieren und so weiter und so fort. Ich denke mal, aber in einem Monat wird es mehr out of the box komplette Webseiten geben, wo man einfach rauf geht und sagt, okay, das und das will ich gerne mal ausprobieren. Ja, also ich denke auch, wer da einfach keinen, also wer keinen Bock drauf hat, das jetzt alles, so diese Umwege zu gehen, das gibt dem wirklich mal ein bis zwei Monate oder so, bis ihr irgendeine nutzerfreundliche Anwendung davon findet. Also ähnlich war es ja mit GPT auch, dass es dann, irgendwann hatten wir dann halt ChatGPT und dann wurde es halt sehr nutzerfreundlicher und wenn es in Google alles auch noch integriert ist, dann wird es sowieso mega nutzerfreundlich, also da würde ich mir jetzt an eurer Stelle keinen Stress machen, vor allem, wenn ihr gerade die Schlagzeilen seht im Sinne von der nächste große Scheiß, ChatGPT war gestern und so, da halt sowieso vor aufpassen, aber da könnt ihr auch echt euch nochmal relaxed ein bis zwei Monate zurücklegen und warten, bis es alles ein bisschen nutzerfreundlicher ist. Ja. Hier nochmal eben dieser Open Assistant. Also Open Assistant ist eben eine Initiative von einer Gruppe von Leuten, unter anderem auch Lion, also dieses Forschungsteam, wo auch viele aus Deutschland mit dran arbeiten und zum Beispiel Open Assistant hat sich auch das Ziel gesetzt, nicht nur ein Chat anzubieten, sondern dann auch verschiedene Tools und andere Elemente mit reinzubringen. Sind noch nicht drin bisher, aber das soll halt kommen, dass genau das eben eine offene Plattform wird, so wie auch ChatGPT mit den Plugins das ja macht. Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, dass Open AI wieder auch alle anderen überholen wird, weil sobald die Plugins jetzt weiter ausgerollt werden, wird man dieses ganze AutoGPT auch einfach direkt in ChatGPT laufen lassen, weil nichts anderes ist das ja. Ich frage Webseiten ab, ich kriege ein Ergebnis, dieses Ergebnis speichere ich irgendwo, dieses Ergebnis verändere ich weiter, mache daraus die nächsten Elemente und so weiter und so fort. Aber ja, da wollten wir euch mal einen Überblick verschaffen. Links zu den ganzen Sachen werdet ihr wieder alle im YouTube-Video finden. Also da einfach dann gucken, wenn wir das, die Aufzeichnung hier auf YouTube dann live stellen oder also veröffentlichen, da sind dann auch immer die ganzen Direktlinks hin, weil das passt einfach bei Twitter nicht rein und hier bei Twitch schon gar nicht. Deswegen guckt da gerne, dann gerne im Nachgang rein und könnt ihr euch dann auch noch mal ein bisschen einlesen oder auch selbst ausprobieren, weil wie immer gilt, am besten lernt man das ganze Zeug wirklich, wenn man es auch mal selbst versucht. Ja, und das macht halt auch einfach Spaß. Also ganz von den ganzen Doom-Geschichten mit Oh mein Gott, die KI wird uns alle vielleicht auslöschen. Ich meine, das muss man halt nach wie vor auch immer noch sagen, es gibt tatsächlich einen gewissen Prozentsatz, dass es einfach passieren wird. Also man darf jetzt auch die Warnung wirklich nicht komplett abtun und sagen, ach, das sind halt alles Leute, die irgendwie übertreiben. Also auch tatsächlich die Leute, die so die führenden Tools entwickeln, auch bei OpenAI und so. Sam Altman hatten wir heute schon angesprochen, der dann der CEO geworden ist anstelle von Elon Musk. Auch der sagt, hey, wir wissen auch eigentlich nicht so ganz genau, wo das Ganze hinführt und es gibt tatsächlich diese Prozentchance, dass es eine Superintelligenz geben wird, dem wir dann nicht mehr gewachsen sind, die ja dann auch selber sozusagen ausbrechen kann und ja, aber ich möchte es halt nicht zu sehr hier in die Doom-Richtung gehen lassen. Ich möchte halt nur mal wieder betonen, es gibt halt tatsächlich diese, es gibt tatsächlich die Chance und deswegen betonen René und ich halt auch immer wieder gerne, dass man da auch mit einer gewissen Vorsichtigkeit rangehen muss. Nee, vorsichtig. Vorsicht. Vorsicht. Gott, meine Güte, ich habe das letzte Wochenende und die ganze Woche so viel geredet, ich kann es einfach nicht mehr. Ich würde ja, ich bin da ja jetzt gerade durch diese Auto-GPT und BB-AGI und Langchain und so weiter und so fort, genau, Camel gibt es noch und so weiter. Ich bin da aktuell sogar ein bisschen positiver gestimmt, denn, auf den schlauen Gedanken bin ich nicht gekommen, sondern habe ich auf Twitter bei einer Forscherin gelesen, deren Name ich leider nicht gemerkt habe, aber ich habe es geliked, also ihr findet es sonst auch auf meinen Twitter-Likes, da gerne gucken. Die hat nämlich gesagt, was uns diese ganzen jetzt hier autonomen Agents zeigen ist, die aktuellen Sprachmodelle sprechen alle Englisch. Ja. Ihr habt es ja gesehen, also die Ketten, die das durchläuft, sind lesbar und da sieht man aber auch, klar, das kann in fünf Jahren, in 50 Jahren anders aussehen, aber jetzt aktuell sind das, ist das normale Sprache und auch normale Denkmuster, die das System anwendet. Wo soll es auch anders herkommen, weil am Ende ist es ja auf der menschlichen Sprache trainiert worden und die folgt nun mal bestimmten Mustern und selbst dieses Chaos oder ja doch Chaos-GPT, ist es erstaunlich nachvollziehbar, wie es vorgeht. Also, weil viele sagen ja, der KI-Doom ist unabwendbar, weil das Ding ist so nicht menschlich, dass wir uns nicht vorstellen können, was es tun wird. Aber jetzt sehen wir zumindest aktuell, die Sprachmodelle sind nicht gefährlich, weil sie denken und wieder in Anführungszeichen in der Form, wie wir sprechen und wir können nachlesen, wie war das Reasoning, wie war die Kritik, wie war der Denkansatz, den es gerade verfolgt hat, wo es danach kam und das heißt wiederum, wenn wir das jetzt nutzen, deswegen sind auch die größeren Forschungslabore sehr interessiert an dieser Entwicklung mit Auto-GPT und BBAGI und so weiter, weil dadurch wird jetzt viel ausprobiert. Viele Leute gucken drauf und sehen, wohin bewegt sich jetzt eine KI, wenn sie dieses Ziel bekommt. Also, wie geht sie da ran? Und das heißt wiederum, wir können daraus dieses Reinforced Learning wieder ableiten. Also, dass wir dann sagen, okay, wir ziehen uns die meisten Dinge aus diesen Test-Cases, aus diesen Simulationen raus und nutzen die, um die KI sicherer zu machen. Und die zweite positive Nachricht, und ja, ich würde sie als positiv bezeichnen, ist, OpenAI baut gerade gar nicht an einem Nachfolgemodell. Ja, stimmt, das wollten wir eigentlich noch mit ins NewSig mit reinnehmen. Naja, passt ganz gut hier dran. Also, nur ganz kurz zur Einordnung, dieser Open Letter, also dieser offene Brief von eben vielen Forscherinnen, Forschern und auch Tech-Leuten und so weiter wurde ja gemacht und wurde gefordert, dass keine Modelle, die leistungsfähiger als GPT-4 sind, werden erstellt. Also, es sollte nicht alles gestoppt werden, sondern es sollte nicht darüber was Neues kommen. Und jetzt hat der Sam Altman einfach mal so bei einer Veranstaltung, ich glaube, beim MIT war das irgendwie, also hier hat dann einfach gesagt, ja, Leute, das ist eigentlich Quatsch, wir werden dieses Jahr nicht mit GPT-5 beginnen, also das Training wird nicht beginnen. GPT-4 hat, ich glaube, fünf oder sechs Monate nur das Training gedauert und dann nochmal sechs Monate aus ihren Verhältnissen sicher zu machen. Also, es hat über ein Jahr gedauert von dem, wo sie gesagt hat, wir fangen jetzt wirklich an, bis es dann irgendwie verfügbar wurde. Und sie sagen, sie fangen nicht mal dieses Jahr an und wahrscheinlich auch nicht so schnell im nächsten Jahr. Also, das nimmt auch erstmal ein bisschen Dampf vom Kessel im Sinne von Druck. Sie sagen natürlich GPT-4, da sehen sie ganz viel Potenzial noch, da sehen sie ganz viel Verbesserungsmöglichkeiten, dass es sicherer wird, dass es schneller wird, dass es kostengünstiger wird, dass es ja eben auch Bilder lesen kann, das kann ja noch keiner benutzen, also das ganze Vision-Model ist noch gar nicht freigeschaltet. Also, GPT-4 wird noch einige Sprünge machen und wird auch noch einige Überraschungen bestimmt parat haben, aber es ist eben gar nicht der nächste Sprung angekündigt. und das heißt aber auch, wir haben jetzt wahrscheinlich auch erstmal zwei, drei, vier Jahre, wo wir mit dem jetzigen Stand der Technik auch gut lernen können, was sie kann, was sie nicht kann und wie wir sie besser eingrenzen können. Also in dem Zusammenhang, er hat es ja wirklich so ganz beiläufig erwähnt und ich denke auch, dass sie sich jetzt eigentlich bei OpenAI auch mehr darauf fokussieren werden, quasi tatsächlich ihr Business voranzutreiben, sprich Plugins und so weiter, also erstmal wirklich ein dominierender Player zu werden. Da hatten wir auch vorletzte Woche darüber gesprochen, dass sie schon mittlerweile sehr, also deutlich wirtschaftliche Absichten haben und ich denke, dass sich da halt auch der Fokus einfach nochmal so ein bisschen bei ihnen umschiften wird. Ja. Zumal es auch so ist, so lese ich das ein bisschen da draus, das ist natürlich, ja, Laien, aber wir sind ja mal ganz gut mit Prognosen und oft haben wir auch Recht gehabt, ehrlich gesagt. Stimmt, eigentlich müssen wir da irgendeine Prognose raushauen, wo wir in zwei Wochen hier sitzen und sagen, hier, bei uns habt ihr zuerst gemacht. Nein, in zwei Wochen. Nee, Quatsch, zwei Jahre, stimmt. Was er halt auch auf diesem Event eben gesagt hat, ist, dass er, also er selbst und sein Team damit auch, sie sehen jetzt schon ein Ende dieser Großparameter-Modelle. Bisher war es so, dass diese Large Language Models sind ja entstanden, weil auf einmal diese Parameter, also die Parameter sind die Verknüpfungstiefe, nenne ich es jetzt einfach mal abstrakt von diesem neuralen Netz, immer größer wurde. Bis vor noch wenigen Jahren, also 2018, 2019, war das noch unter eine Milliarde. Und dann mit GPT-2 waren das auf einmal 1,5 Milliarden, GPT-3 waren es 175 Milliarden. Und alle dachten, das geht jetzt so weiter. Also die Parameter werden immer größer, weil immer mehr Trainingsdaten da reinkommen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das, was wir heute, ich wollte früh sagen, heute in den ersten Stunden des Streams erzählt hatten. Wieder so viel Input, dass es sich wieder anfühlt, als wären wir ein Tag hier gewesen. Da habt ihr ja gesehen, das sind Modelle mit 6 Milliarden Parametern, 7 Milliarden Parametern, 13 Milliarden Parametern und eben nicht 175, 500 oder eine Billion Parametern. Und das hat eben Sam Altman selbst nochmal bestätigt. Auch OpenAI sieht, dass dieses endlose Skalieren aktuell eigentlich schon vorbei ist. Das hat aber auch wiederum den Vorteil, dass die Interpretierbarkeit der Modelle besser wird. Weil das, was viele Forscher ja so beunruhigt hat, ist durch diese zusätzlichen Parameter und durch dieses Massen an Training gab es dieser Emergent Behavior, also nicht vorhergesehenes Verhalten der KIs. Und das kam auf einmal, also ihr müsst euch das so vorstellen, es ist immer gleich, immer gleich, immer gleich. Also ein Modell kann etwas nicht, es kann es nicht, es kann es nicht. Und auf einmal kann es das und zwar nur, weil es mehr Daten bekommen hatte. Und das versteht man immer noch sehr schlecht, ab welchen Grenzen passiert das. Ein ganz klassisches Beispiel ist das gewesen, dass eben auf einmal konnte, ich glaube GPT-3 ist es, oder auch von Google, ich weiß gar nicht, wer es war, konnte auf einmal Bengali, also eine Sprache. Es hat es einfach, es war nachweisbar, dass in diesem Datensatz ganz wenig nur von dieser Sprache drin ist, aber es konnte auf einmal die ganze, also es konnte Texte generieren ohne Ende und das war dann eben an so Stufen von 30, 60, über 100 Milliarden Parametern. Das heißt auch, wenn die Parameter nicht weiter steigen, werden wir kaum oder gar kein emergentes Verhalten sehen, was wiederum sicherheitsmäßig gut ist, weil wir können nicht überrascht werden. GPT-4 hatte ja diese Überraschung drin, das nimmst du ja mal das Beispiel mit diesen, es konnte auf einmal chemische Komponenten neu verknüpfen und damit tatsächlich gefährliche Substanzen erzeugen. Das wurde vor dem Release schon entdeckt und rausgepackt, aber es war zufällig, dass man es entdeckt hatte, weil man wollte nicht, dass GPT-4 das kann, es hat das aber irgendwie gelernt und sich selbst zusammengereimt und dann ist es halt schwierig, das zu finden, weil wir wussten, also finde mal was, wo du nicht weißt, dass es das überhaupt nicht können darf. Vor allem bei so vielen Datensätzen und so vielen Anforderungen. Das finde ich halt relativ erbaulich erst mal, dass wir wahrscheinlich in eine Phase kommen werden, wo zumindest diese Sorgen ein bisschen nüchterner wieder betrachtet werden können. Das heißt für mich aber auch, wir sind von diesem EGI-Ziel, also eben von dieser Super Human Intelligence, die eben alles besser machen kann und alles gleichzeitig kann, glaube ich, einfach auch wirklich noch ein gutes Stück von weg. Ja, ich denke, man darf sich da halt auch einfach nicht Kirre machen lassen von den Schlagzeilen und ich meine, wenn du denen dann auch so wirklich schlauen Köpfen auch zuhörst, die dann teilweise auch in einem Talk sitzen, dann erwische ich mich auch immer mal wieder dabei, dass ich dann so ein bisschen grummelig im Bauch habe und denke so, oh ja, doch, schon irgendwie ein bisschen gruselig alles und dann muss man sich einfach auch immer wieder runterholen und sich dann doch wieder tiefer einlesen und gucken und was sagen andere und dann kommst du halt wirklich immer wieder an den Punkt auch, ja, es ist nicht so dramatisch, wie es halt teilweise aufgebauscht wird, aber das ist halt, was klickt und womit man auch Aufmerksamkeit bekommt, weil dann bist du halt auch die Person, die dann auch gerne in Talkshows eingeladen wird, weil die Leute halt auch gerne darüber diskutieren. Ja, gerade hier der Elijah Jutkoski oder wie er heißt, der größte. Ja, der ist da sehr aktiv. Ja, aber es wurde jetzt eingeladen zu einem TED-Talk. Ja. Da wird er jetzt halt wieder und ich war am Anfang recht interessiert, was ihn angeht, weil ich fand seine Gedanken spannend. Je mehr ich von dieser Person lese, höre, sehe, desto weniger sollte man diesem Mann Sendezeit einräumen. Er hat sehr abstruse Ideen und er ist auch kein AI-Forscher. Er nennt sich ja selbst auch er ist Decision Theorist, also Entscheidungstheorie-Analyst. Und nochmal, dass AI gefährlich ist, streitet niemand, gar keiner. Aber er denkt ja immer, es gibt nur den einzigen Outcome von allen, wird immer der Untergang der Menschheit sein. Und ich merke immer mehr. Ja, ich glaube auch, dass er da halt auch wirklich dran glaubt. Total. Woran er total überzeugt ist. Ja, so. Und ich glaube aber, also was ich jetzt beobachte, ist, dass immer sind meistens leider auch weiße alte Männer, muss man leider so sagen, die sehr halt, ja, ich auch, vielleicht habe ich deswegen auch am Anfang irgendwie eben zugehört, bevor ich dann gemerkt habe, hm, das ist vielleicht ein bisschen eindimensional. Ich hatte eben aber auch, ich habe ein paar Talks halt auch sehr gespannt gelauschen. Tatsächlich war er auch bei mir der Content Creator, der bei mir auch das meiste Unwohlsein ausgelöst hatte, weil ich ihm einfach auch lange zugehört hatte und zu viel zugehört hatte. Und es ja alles auch logisch klingt, was er sagt. Es ist ja jetzt nicht so, dass das total aus den Haaren herbeigezogen ist. Aber je mehr man sich einfach mit denen beschäftigt ist, ist es halt echt, oh, ja. Aber was ich halt immer mehr bei denen entdecke, ist nur, die sehen halt komplett, die kommen halt alle aus einer Welt, in der eben das immer um Macht geht. Ja. Sie selbst sind, sie handeln so, sie reden so, das ist das Gleiche, was ich bei Elon Musk sehe. Er kann sich eben keine Welt vorstellen, in der man kooperativ mit anderen Intelligenzen zusammenleben kann. Ja. Das ist ja auch eben dieser Punkt, den ich oft auch bringe. Wir haben intelligentes Leben auf der Welt. Wir ignorieren es die ganze Zeit nur, weil halt viele mächtige Menschen es halt einfach ignorieren wollen. Also ich meine einfach Tiere. Also viele Tiere haben, erfüllen alle Dinge, die man halt unter Intelligenz packen kann. Und trotzdem ist es teilweise so ein Scheiß, egal was damit passiert. Und das ist eben das Gleiche. Sie kommen dann immer mit diesem Beispiel, ja, wir zertreten doch auch jede Ameise, die wir irgendwie sehen. Naja, aber das ist vielleicht eher selbst eine Erkenntnis. Also du machst das halt. Du hast kein Problem damit, irgendwie Tiere zu töten, die Umwelt zu zerstören, andere Menschen zu unterjochen. Aber es heißt nicht, dass es A, andere Intelligenzen machen müssen oder dass es alle Menschen so machen müssen. Und das finde ich halt so ein bisschen bezeichnend. Und wie gesagt, die letzten Sachen, was er sagt, er wird halt immer destruktiver. Und er kriegt halt unglaublich Rampenlicht, weil auf dem Time Magazine war dann so, ja, wir müssen eben alle Data Centers eben mit Atombomben wirklich eben sprengen. Alles andere wäre, würde nicht mehr helfen so ungefähr. Und das ist halt, ja, sehr schwierig. Ja, das sind halt, das ist halt auch mein Business, dass ich weiß, welche Schlagzeilen klicken und das ist halt, das ist halt was funktioniert. na. Deswegen bin ich ein bisschen, finde ich das gerade ganz gut, dass es eine gewisse technologische Verlangsamung einfach automatisch eintritt. Ja. Alleine auch schon, auch das ist jetzt bekannt geworden, die verfügbare Anzahl an GPUs, also Grafikchips, die gebraucht werden, ist gerade schon wieder sehr limitiert. Also Nvidia kommt nicht hinterher, die Anfragen zu bedienen. Ähm, auch das Argument immer, China wird uns einholen und deswegen müssen wir so viel Gas geben, stimmt nicht. China, wie man jetzt sieht, hängt sehr weit hinterher. Sie haben weder die Chips dazu, die man braucht, um diese Sachen zu, äh, zu trainieren, noch ist ihre Forschung soweit. Das sieht man auch. Ähm, plus sogar China hat sich jetzt stärkere Regularien für AI gegeben als alle anderen Länder. Also teilweise auch aus Selbstschutz, weil sie Angst haben, äh, äh, dass eben Modelle entstehen, die eben ihre eigene Herrsch, äh, also, äh, ja, kommunistische Führung, äh, kritisieren. Da finde ich, da trifft sich TOOF-GPT und Kommunist-GPT ein bisschen, ne, weil jeder will da seine Weltsicht mit reinbringen. Ähm, deswegen ist ja auch Chat-GPT zum Beispiel in China verboten. Also in Russland. Das ist ja das Thema, was wir auch hatten, dass halt dieses Thema mit Alignment, also wie können wir die KI auf unsere Werte trainieren, halt eigentlich teilweise so bescheuert ist, weil wir uns ja als Menschheit nicht geeinigt haben und dann möchte jeder halt sein eigenes Modell dann haben. Das ist halt eben genau dieses, China möchte halt auch ein Wahr, eine Wahrheit, äh, also sagen sie selbst, sie wollen nur KIs erlauben, die halt Wahrheit sagen, aber sie dürfen bestimmte Dinge eben dann nicht sagen, weil sie eben in China nicht als Wahrheit akzeptiert werden. Also zum Beispiel irgendwelche Volksaufstände oder Tiananmen-Massaker und so weiter und so fort, die ja auch in China im Internet gesperrt sind. Und genau da sieht man eben genau diese, ja, jeder nutzt das für seine Zwecke aus. Und weil es gerade hier noch als Kommentar war, der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kunula schreibt, ich bin leider pessimistischer, OpenAI mag vorsichtig sein, aber es wird sich jemand finden, der eine KI mit dem gesamten Internet trainieren lässt und dann Unfug damit macht. Das ist eben genau das, was ich gerade versuchte ein bisschen zu beschreiben in vielen Worten. Das ist schwieriger, als viele denken. Also dieses einfach mal, also überhaupt gute KI-Modelle zu entwickeln, das merken jetzt nämlich alle Konkurrenten von OpenAI, ist richtig teuer. Also es kostet Milliarden, nicht nur Millionen, es kostet Milliarden. Alleine halt auch wegen den Datensätzen, ne? Ja. So, wir wissen es daher, weil eben der größte Konkurrenz von OpenAI hier in Torfwick jetzt auf Geldsuche geht und sagt, sie brauchen vier bis fünf Milliarden Dollar für einen Konkurrenten für Chat-JPT. So. Und wir werden es bei eben Elon Musk sehen, der wird Probleme haben, da ein Team zusammenzubauen, weil auch die Köpfe, es gibt nicht so viele Leute, es sind vielleicht ein paar hundert, die wirklich richtig führend in dem Bereich sind und die arbeiten alle bei Google, die arbeiten bei OpenAI, die arbeiten bei Antrofwick und bei Microsoft und so weiter oder bei Meta, die kriegt man nicht so schnell weg. Und in dieser Kombination ist es eben doch sehr kostspielig, sehr zeitaufwendig, auch sehr schwierig, selbst wenn man die Ressourcen hat, dort das zu bauen und dann auch nochmal das ganze Internet zu kategorisieren, weil es auch diesen Streit gibt, oh, könnte Rettet nicht ein eigenes Modell bauen und könnte nicht Twitter ein eigenes Modell bauen. diese Daten sind nicht so gut, wie viele glauben. Die müssen auch erst mal gefiltert, sortiert, bewertet, qualitativ ausgewählt werden, damit am Ende da auch was Funktionsfähiges bei rauskommt. Und ich glaube, das werden viele jetzt merken, dass das eben dann doch nicht alles so ein Automatismus ist, also es nicht alles von alleine irgendwie baut. Und ich finde das relativ hilfreich, weil, da haben wir Lea und ich auch immer wieder drüber geredet, es gibt so viele akute Probleme, die jetzt durch KI entstehen werden, die viel mehr Aufmerksamkeit brauchen. Das, was wir eben schon hatten mit eben, dass Leute eben vielleicht ihren Job verlieren, weil Firmen sagen, okay, ChatGPT schreibt zwar nur 80 Prozent so gut wie du, aber das reicht mir, zack, raus. Da lesen wir leider jetzt schon erste Fälle auf Twitter. Ich würde ja lügen, wenn es nicht so wäre, dass ich mir da eigentlich auch Gedanken drüber mache, mit welchen Prozessen können wir halt auch beim Texten ein bisschen anders gestalten. Es gibt viele Grafikerinnen, Grafiker, Designer, also Creatives, die halt sich da die Frage stellen, viele Programmierer, Buchhalterinnen, Buchhalter, die halt alle irgendwie, hey, kann ja alles irgendwie selbst oder auch Juristen und so weiter und so fort, weil das zeigten jetzt auch die ganzen Studien immer, die Jobs, die am ehesten gefädet sind, sind gerade die Jobs, die bisher immer gedacht wurden, dass sie am spätesten davon betroffen sind und das sind halt die Themen, glaube ich, wird es in den nächsten Monaten viel mehr gehen. Was passiert eigentlich konkret jetzt und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir über dieses Ganze, die nächste Superintelligenz, die die Menschheit auslöschen möchte, einfach vielleicht einen anderen Zugang finden und es auch sich ein bisschen normalisiert wieder und auch ein bisschen Zeit vergehen wird, bis das wirklich relevant ist. Ja, ich denke, über die ganz konkreten Problemfälle machen wir einfach auch mal eine eigene Sendung. Ja, die so richtig depriviert. Die so richtig depriviert. Da holen wir uns dann noch meinen guten Freund Thomas, den Cyberkriminologen, mit dazu und der kann dann so richtig, richtig deprimierende Sachen erzählen, mit denen er jetzt schon dank Internet jeden Tag in Berührung ist. Ich hoffe, dass wir dann aber wenigstens ein paar Tipps und Tricks zumindest parat haben, wie man sich dagegen schützt oder wie man damit besser umgeht. Also ich weiß, dass er immer eins propagiert und das ist Medienkompetenz ab Klasse 1, aber das sind halt keine Art Schocklösungen, aber ja, das wäre halt was, was wir auf jeden Fall mal machen könnten. Wobei, das höre ich jetzt gerade bei allen Forschenden, alle fordern gestern mehr als heute irgendwie Überarbeitung des Bildungssystems. Also aus allen Richtungen höre ich das gerade überall, also nicht nur in Bezug auf KI, aber auch, sondern überhaupt die ganze Digitalisierung und Umgang damit. Ja, war jetzt auch groß in den Schlagzeilen mit der Abiturprüfung, die nicht stattfinden konnte, weil irgendwie die Sachen nicht vernünftig runtergeladen waren und irgendwie mehr als mehrere Hundert Abiturienten keine Prüfung schreiben konnten. Deswegen, das war jetzt irgendwie gestern oder so, ist glaube ich groß durch die Schlagzeilen gegangen. Ich glaube, da müssen sich, glaube ich, echt viele Bereiche fragen, okay, können wir das, was wir, weiß ich nicht, vor 150 Jahren mal eingeführt haben, wirklich einfach immer so weiter Stimpf runter machen. Aber wir müssen auch dringend, wir müssen auch dringend uns einen Lehrer oder eine Lehrerin einladen. Das wäre, glaube ich, auch ein sehr spannendes Gespräch oder von der Uni meinetwegen auch irgendjemanden mit, wie müssen wir jetzt eigentlich mit diesen neuen Entwicklungen den Lehrstuhl anpassen. Ja, auch sehr cool. Ja, es bleibt wie immer spannend und Themen gehen uns nicht aus. Ne, wir haben jetzt noch keinen Plan für nächste Woche, wie immer. Ich meine, wir versprechen immer, dass wir es bestimmt schaffen, auch mal irgendwie da ein bisschen früher mit einem zu sein und so. Wir sind schon ein bisschen früher mit den Ankündigungen geworden, immerhin. Also, ich weiß noch nicht, worüber wir nächste Woche sprechen, müssen wir uns da nochmal drüber unterhalten. Kommt ja auch ein bisschen immer drauf an, was so in der Welt der KI passiert. Kann ja sein, dass wir nächste Woche jetzt schon mit Gästen anfangen, also für euch nur zur Info. Wir hatten halt verschiedene Expertinnen, Experten aus verschiedenen Bereichen schon mal ein bisschen kontaktiert, auch so ein bisschen aus unserem Umfeld erst mal. Wir müssen uns auch langsam vortasten, aber langsam kriegen wir auch ein paar Verbindungen und Empfehlungen und so weiter und so fort. Und genau, kann halt sein, dass wir da was machen. Genau, der lang angekündigte, aber immer noch nicht stattgefundene Gaming und KI-Talk wird immer noch auch stattfinden. Aktuell ist er für die erste Mai-Woche angedacht, weil vorher kann eben König Maurice leider sich gerade nicht freischaufeln. Ich höre in der ersten Mai-Woche ab. Wir haben halt mit anderen Leuten aus dem Bereich in Kontakt aufgenommen. Wie gesagt, da demnächst mehr dazu und ansonsten gibt es bestimmt auch viele News noch und ich hoffe ja immer noch, dass wir bald auch zu Firefly mal Zugriff haben oder auf Google Bad oder solche Sachen, dass wir es auch mal zeigen können. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Also ich hätte gedacht, dass es schon ein bisschen schneller geht. Da sitze ich auch. Gerade Firefly ist halt für mich sehr, sehr, sehr spannend. Also auch alleine schon aus beruflichen Gründen, aber gut. Jo, ich würde sagen, dann war es das für heute. Dann, ähm, wollen wir noch kurz auf irgendwie Chat gucken, ob wir irgendwas übersehen haben oder? Ich habe gerade noch mal geguckt, also Fragen gab es jetzt nicht so wirklich, halt ein paar Kommentare, aber, ähm, nur ein paar Sachen, die wir eh schon besprochen hatten. Gut. Dann, ja. Ja. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen und fürs fleißig mitdiskutieren. Ähm, sobald wir wissen, was wir nächste Woche machen, werden wir euch dann noch mal in Kenntnis setzen. Äh, wie gesagt, geht dafür am besten auf unsere Twitter-Channel, sowohl der KI-und-Mensch-Channel als auch, äh, René ist immer ein privater Channel. Da sind wir halt immer unterwegs und sobald wir es wissen, kündigen wir es da dann auch an, versprochen. Ansonsten haben wir uns ja darauf geeinigt, dass wir weitestgehend immer versuchen, einfach am Donnerstag jetzt zu streamen, dass das so der, der feste Tag wird. Es kann natürlich auch mal Abweichungen geben, weil wir beide in irgendeiner Form berufstätig sind oder mit Projekten zugange sind, äh, können wir es halt nicht unbedingt garantieren, dass wir es jeden Donnerstag halt schaffen. Vielleicht ist es dann mal Mittwoch, vielleicht ist es mal ein Freitag oder ein Wochenende, ähm, aber wir versuchen es jetzt einfach auf Donnerstag zu halten, deswegen spekuliert einfach mal auf dem. Und, dann, danke auch an dich, René, für die vielen Erklärungen und, äh, damit sind wir dann für heute raus. Dann, macht's gut und habt noch einen schönen Abend und, ja, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.